so alles klar moin Ja, ich bin mal wieder da, easy, jetzt muss ich es nur noch schaffen, dass auch Gothic läuft, das dauert bestimmt nicht ewig, aber erstmal hier die wichtigen Dinge. Und so, genau, Stream ist da, Stream ist stabil, das sind schon mal die wichtigen Dinge. Versuche ich jetzt mal Gothic zu starten. Irgendwie ein Frosch im Hals habe ich schon seit Stunde, vielleicht anderthalb. Das ist laut. Das scheint zu funktionieren. So, dann können wir gleich anfangen, ein bisschen zu früh bin ich ja. Ja, moin. Erstmal, ich latter mal und mal sehen, ob es abstürzt oder auch nicht. Das ist ja immer so ein bisschen tricky. Ich wiederhole mich darin, dass ich mich wiederhole, aber mit der neuen Grafikkarte, da kommt das alles in Ordnung. Ich spiele ein bisschen mit dem Gedanken, euch zu zeigen, wie es für mich aussieht. Das lasse ich lieber. Allein die Ladezeiten, ne? Das erinnert an alte Zeiten. Als Könige noch heult und ihre Töchter noch, ich weiß nicht mehr, wie das Zitat weitergeht. Es reicht doch, dass Könige heult waren. So, ich erinnere mich an gestern. Oh shit, die Lags. Aber das ist tatsächlich immer so, weil er erstmal den ganzen Scheiß in den RAM laden muss. Habe ich ja schon erwähnt, der RAM-Mod. Genau, das Gold des Händlers. Es gibt gar nicht schon viele Dreiste Diebe. Das ist der neueste, die neue Quest, die neueste Quest. Ja, das ist passiert. Den muss ich jetzt finden. Oh, hier ist er ja. Easy. Äh, ja, ich wollte gerade schon wieder speichern, aber haben wir ja gerade. Yora meinte, du hättest sein Gold. Verdammt, nichts wie weg. Easy. Zum Glück habe ich den schnell laufen Mod. Leider ist mein Computer scheiße. So, dass es mega laggt. Aber, aber macht nichts. Ja, das hat nicht so gut funktioniert. Hab ich dich. Was willst du von mir? Du hast am helllichten Tag Yora geklaut. Und der hat dich auch noch dabei gesehen. Also, abgesehen davon, dass du ein mieser Dieb bist. Würde ich sagen. Ha. Ja. Also, ich bin heute wesentlich besser drauf als gestern. Keine Ahnung. Ich habe vergessen, warum ich gestern schlecht drauf war. Ich war bis eben nicht gut drauf, aber der dritte Sprachding finde ich super. Du erzählst mir jetzt mal wer du bist. Ich bin ein armer Schlucker und versuche irgendwie über die Runden zu kommen. Wie gesagt, sorry. Das Froschen halt. In der Stadt finde ich keinen Job. Okay. Verstehe. Verschon dich mit deinem Gejammer. Du gibst mir jetzt Yoras Gold. Hier hast du die Kohle, Mann. Aber jetzt lass mich laufen. Ich tue es auch nie wieder. Hm. Ich sollte dich der Miliz übergeben. Was willst du denn noch? Ich habe nichts mehr. Lass mich laufen, Mann. Warum sollte ich das tun? In der Stadt ist es immer gut, die richtigen Leute zu kennen und es sich nicht mit ihnen zu verderben. Ich könnte ein gutes Wort für dich einlegen. Mehr kann und werde ich dir dazu nicht sagen. Der Rest liegt an dir. Ist okay. Ich trinke jetzt nur ein bisschen Buttermilch. Ich habe mir das extra aufgespart. Danke, Mann. Ich habe mir das extra aufgespart, wenn ich jetzt streame. Damit ich mit meinem Geraschel euch ein bisschen Ehrgang kann. Ich trinke Buttermilch übrigens immer mit Zucker. Ich weiß noch nicht, ob es dann trinken heißt. Und zwar anderthalb Esslöffel Zucker auf 500 Gramm Buttermilch. Das kann ich nur empfehlen. Ist relativ nice. Ja gut. Sein Gold haben wir. Ab zurück. Ich habe ihn laufen lassen, weil ich nicht einen sehe. Ich finde die Miliz eher so mittelgeil. Ich habe ja auch schon die Rüstung von der Miliz geklaut. Also man kann jetzt nicht behaupten, dass ich pro Miliz wäre. Und den Typen zu verknacken, einfach nur weil ich es kann. Ha. Wegen des Diebes. Ja? Wie sieht's aus? Hast du ihn geschnappt? Und noch viel wichtiger. Hast du mein Gold? Witzig. Wer ist mir entkommen? Und was ist mit meinem Gold? Ist es mit ihm entkommen? Äh, ne. Hier hast du deine gestohlenen 50 Goldstücke zurück. Enos sei gepriesen. Es gibt auch noch Gerechtigkeit in der Stadt. Ja, so Medium Gerechtigkeit, ne? Äh, easy. Ich will einen Teil des Goldes als Belohnung. Wenn du Gold willst, dann bring die Diebe zur Strecke und kassier das Kopfgeld bei Lord Andre. Ich muss mich jetzt wieder um meine Kunden kümmern. Okay, bei dem kaufe ich nichts mehr. Bis ich es vergesse, was maximal zwei Tage dauert oder so. Zeig mir deine Ware. Ich verkaufe ab jetzt nur noch bei ihm. Aber auch das jetzt gerade nicht. Ich habe gehört, es wird dunkel. Und ich habe gehört, dann geht mein PC nicht mehr, weil die Lampen angehen und alles abfuckt. Oh, da war ein schwarzes Brett. Das gucke ich mir dann wann anders an. Vorteil? Keine Schatten. Ja, sorry für das Geläge. Ich halte einfach meinen Mund mit der Grafikkarte. Wenn ich normal schnell laufe, dann lag es auch quasi nicht. So, ich könnte natürlich auch einfach ein Zimmer mieten, aber ich bin viel zu geizig. Ich könnte mir so etwas nie erlauben. Nach wie vor, hier war doch ein Bett oder nicht? Ja, sag ich ja. Bis zum nächsten Morgen, ne? Muss reichen. Ich stehe mir vor, wie der Typ einfach die gesamte Zeit vor dem Bett stand und nicht schlafen konnte. Aber er kann mich auch nicht wecken, weil wenn ich erstmal schlafe, ist das Ende. Oh, ich kann mal zwischendurch speichern, oder? Wie gesagt, alte Zeiten. Die Speicher- und Ladezeiten. Kann Buttermilch verderben? Also kann sie ja, ich weiß. Aber wie schmeckt sie dann? Das hat er doch vorher gewusst. Ich weiß, ich habe nur einen Viewer, aber... Also bis jetzt. Wie sieht es aus? Hast du Ahnung? So. Was mache ich? Warum habe ich hier Joe stehen? Der Hände an den Gründen behauptet, dass sein Mann namens Joe einfach spurlos verschwunden ist. Aha. Ich könnte als erstes tatsächlich mal diesen Org fertig machen, der da angeblich ist. Ob ich das kann, weiß ich nicht. Aber das werde ich wohl rausfinden. Dafür kann ich mit diesem Typen reden, der beim Bier steht. Ihm 50 Gold zahlen. Ja, ihr habt genug Gold. Und mit ihm auf die Jagd gehen. Wölfe jagen. Org jagen. Das weiß er noch nicht, aber kann man ja mal machen. Und das Geld für die Wölfe kassieren. Für die Wolfsfälle und für den Org dann halt die Empfehlung vom Meister. Wenn ich schon dabei bin, kann ich auch gleich theoretisch die Pflanzen sammeln. Muss man meine Nase pusten, es tut mir leid. Hey. Hey, wie sieht's aus? Solange die Paladine keine neue Aufgabe für mich haben, kann ich mir hier... Falschen Dud angesprochen. Was will man mehr? Du arbeitest für die Paladine? Ja, ich mache ihnen Meldung über die Situation in der Stadt. Zur Zeit ist alles ruhig. Guter Job. Bier trinken. Nichts tun. Ein Grund zur Besorgnis. Bier von der Stadtwache und die Paladine haben alles im Griff. Geh nach Hause und lass uns unsere Arbeit machen. Wir trinken. Wir passen schon auf die Stadt und ihre Büro. Gute Arbeit. Erstmal betrunken. Es geht doch nichts über ein kühles Pilz. Der Penny gegenüber hat halt irgendwie jetzt seit 10 Minuten geschlossen und ich habe keinen Pilz. Jetzt will ich ein Bier. Du wolltest gerade was über die Orks erzählen. Ach ja, richtig. Die Orks sind überhaupt keine Bedrohung für die Stadt. Die sitzen im Minental fest und der Pass wird von den Paladinen gehalten. Da kommt nicht mal eine Fleischwanze durch. Hm. Würdest du noch ein Bier? Einen guten Schluck kann ich wohl vertragen. Erstmal Bier ballern. Bier ballern lassen. Es wurde ja schon ein Ork vor der Stadt gesehen. Ja, ja. Der gefährliche Ork vor der Stadt. Ein wahres Monster von Ork. Er wird die Stadt bestimmt bald angreifen. Hör zu. Wir werden diesen dicken Ork in seinen dicken Hintern treten, wenn er der Stadt zu nahe kommt. Alles klar? Verstehe. Easy. Ich habe nicht das Gefühl, dass es was bringt. Aber aus Prinzip... Kannst du noch ein Bier? Ein leckeres, herbes Pils ist doch das Beste. Ich finde das gut, wie er auch merklich betrunkener wird. Guter Synchronsprecher. Ja, Synchron. Guter Sprecher. Weißt du, man trifft nicht auf jemanden, der einem ein Bier ausgibt. Du bist in Ordnung. Ich sag ja... Das bringt nicht mehr. Fun Fact, aber das wisst ihr, wenn ihr beim letzten Mal zurückguckt habt. Ich habe vorher alle Biere hier geklaut. Und geklaut ist schwierig, weil das Freibier gab. Hey. Ab sofort wird Lord André den Oberbefehl für unsere Miliz übernehmen. Ja, ich habe sie. Hier sind sie. Lass uns jagen gehen. Gut, folge mir. Vor dem Südtor ist ein Wald. Dort sollten wir mehr als genug Viecher finden. Wahrscheinlich mehr als uns lieb sind. Und wo ist das Südtor? Mhm. Ja. Aus Gründen weiß ich, dass der Ork irgendwo beim Osttor ist. Dann hilft er mir eventuell nicht mit dem Ork. Ist ein bisschen schade. Aber im Zweifel kriege ich immer noch die Wolfe. Und kann die Wolfsfälle verkaufen. Auch okay. Ich kann den bestimmt auch umhauen. Und ihm alles abnehmen. Dann habe ich auf jeden Fall 50 Gold mehr. Ja. Hashtag Gothic Things. Ja man, der macht ja die Leute gut fertig. Und ich kriege die ganze Erfahrung. Solide. Ja, dann kann er ruhig weitermachen damit. Ich sammle in der Zwischenzeit Pilze. Ja. Ja, recht hat er. Ups. Hm, das lief ja nicht so gut. Hätte ich ihn mal lieber nicht gehauen. Besser jetzt laden. Bevor ich direkt hoch bin. Und dann hängt sich das Laden wieder auf. Mal sehen, ob es klappt. Okay. Das nächste Mal den Typen nicht hauen. Das hilft. Ich habe das Gefühl, dass das Spiel hängt. Aber ich habe das Gefühl, mit dem Ork muss ich noch warten. Okay. Warum treffe ich die wieder nicht? Okay. Warum treffe ich die wieder nicht? Okay. Ja, okay. Oh, danke. Danke. Danke, Spiel. Na ja, zumindest ist es kein böser Erzdämon, der mich hundertmal besiegt. Folgendes Problem, ich kann das jetzt natürlich nicht mehr abbrechen, weil er bereits mit mir mitgeht. Oder ich mit ihm. Und dementsprechend muss er wohl sterben. Das ist ein bisschen ärgerlich. Warte mal. Ich könnte... Hier, nimm den Heiltrank. Ich weiß nicht, ob das was bringt. Aber ich könnte... Ich könnte Bogen werden. Okay. Dann lass uns mal sehen, ob ich dir was beibringen kann. Komm wieder, wenn du mehr... Na ja, das ist schade. Ich habe mir das schon gedacht. Na gut. 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 Na komm, den schaffe ich ja wohl. Geht doch. Bartok hat es nicht geschafft, aber hat er ja gekallt. Hätte er mal den Heil dran getrunken. Kann ich irgendwie schnell looten? Was? 300 Lebensenergiebonus? Sind die verrückt? Ich suche halt was, was wenig wert ist, aber viel Lebensenergiebonus gibt. Waren hier nicht diese komischen Pilze, die viel brachten? Ja, egal. Davon habe ich einige. Na ja, dann speichere ich mal Scheiß auf Bartok. Also, ich meine, passiert. Nochmal mache ich das jetzt nicht. Ich höre Wölfe. Achso, ein Schattenläufer. Ja gut, dann... Nevermind. Dann dreh ich mal um. Muss auch reichen. Ist hier noch irgendwas? So vor der Stadt. Nicht. Na gut. Das hört sich nach Snappern an, wa? Ja. Snapper will ich auch nicht unbedingt. Okay. Was ist das? Oh, Gold. Gold finde ich ganz okay. Ich sammle mal die Kräuter, wa? Für den... Für den... Oh, ich sammle auch anderen Scheiß, offenbar. Für den Alchemisten. Hier sind ganz schön viele rostige Schwerter. Oh, was auch... Was ist das? Ratten. Umgebracht von Ratten, wa? Na gut. Dann hau ich mal ab. Oh, Junge. Ach, auf einmal geht das ohne Problem, oder was? Besser, mal schneller, schneller, besser werden. Hi, übrigens. Wie geht's denn so? Ist das eine Säge? Oder ein Schürhaken? Eine Säge? Ich hab das Gefühl, hier kann ich... Die Frage ist, warum sind die Leute hier, oder waren? Und gibt's hier oben mehr? Schade. Na ja. So, noch ein paar Kräuter sammeln. Ich hab theoretisch auch... Äh... Ne Liste. Da guck ich gleich mal rauf, wenn ich hier in Sicherheit bin. Ich wünschte, ich, äh... Hm. Was ist das? Ach ja, das ist mein Irrlicht. Äh, das ist eine Nachricht. Die Kräuterlisse, will ich. Heilpflanze, Heilkraut, Heilwurzel. Feuer... Ja... Ich wünschte... Ich wünschte... Ich könnte die abhaken. Für Dinge, die ich schon habe. Kann ich aber nicht. Also egal. Von dem... Einmal vor Jahren... Äh... Als ich Gothic spielte, Gothic 2... Weiß ich, dass Kronstöcke da oben ist. Abgesehen davon wurde das auch schon erwähnt. Von dem einen Händler. Also Kronstöcke holen. Bei Steinkreisen soll das ja sein. Meine Fresse. Ich bin so schwach, ne? Das war beim letzten Mal geiler. Also Gothic 1 jetzt. Ich gehe jetzt auch nur aus Prinzip hin. Keine Ahnung, ob hier was ist. Aber bei Gothic... Hier ist Kronstöcke. Das hat ja schon mal funktioniert. Was ist das? Oh, Goblin-Bären. Das hat doppelt funktioniert. Also ich muss sagen, die Grafik gefällt mir immer noch. Oh, hier ist ein Schalter. Soll ich den Schalter drücken? Das ist bestimmt eine richtig gute Idee, den Schalter zu drücken, oder? Hier ist noch ein Schalter. Oh, ist das an allen ein Schalter? Nee, aber ein Lederbeutel. Und auch ein Schalter, ja. Wie viele Varianten gibt es? 3 hoch 3, ne? 27. Ist mir zu viel. Ja, da war es 3 hoch 2. Ne, 3 mal 2 mal 1, ne? Ach, ich weiß es nicht mehr. Ist das jetzt ohne oder mit zurücklegen? Ich drücke einfach mal den Schalter. Das ist bestimmt eine richtig dumme Idee. Ich mach's trotzdem. Okay. Typ hat Brandon Schalter gedrückt. Hi. Äh, ja. Okay. Wieso Handy? Ich wusste gar nicht, dass es Twitch für... Natürlich gibt es Twitch für Handy. Aber das, Leute, dass das ein Ding ist. Twitch fürs Handy. Das sah aus wie ein Schalter. Ist es aber nicht. Ist hier jetzt was passiert? Ich könnte mir die Tagebuch einfach mal angucken. Aber, äh, schön. Nice. Eine Tannenbaum-Tannenbaum-Tüte. Ja, äh, normalerweise hat man mehr als ein Ladekabel. Ich hab bestimmt 5 oder so. Das Portal. Ich habe den Mechanismus des Steinkreises bei Luthershof aktiviert. Mehr als ein Beben hat es dabei allerdings nicht gegeben. Ja, aber anhand der Überschrift weiß ich schon, worum es geht. Danke, Gothic-2-Macher. Ihr seid echte Helden. Äh, okay. Dann benutzt ihr den Laptop von mir. Sound-Quali ist scheiße. War hier noch ein Schalter? Ich bin jetzt Schalter-Paranoid. Nee, aber die Struktur der Felsen sieht hart danach aus. Spitzhacke. Heilkraut. Ach, wieder so ein Skelett. Das ist schon assi. Sieht aus wie die Schalter. Ja, macht nichts. Oh, Feuernessel. Hab ich dann langsam mal alles? Feuerkraut. Heilpflanze. Heilwurzel fehlt noch, ne? Heilpflanze. Heilpflanze. Ist auch schon wieder Mittag. Ob Inhouse das scheiße findet, wenn ich da ein paar Sachen klaue? Ich meine, ich hab Inhouse Segen ja schon. Wenn hier ne heile Wurzel rumliegt, dann mach ich das. Tut's aber nicht. Also, ich muss nur ich mal wieder speichern. Easy. Heute ist dann auch eine längere Session angesagt, übrigens. Ich gucke hier nochmal. In den anderen Chat. Okay, und nichts. Aber schön, dass du schreibst. Mac Henta. Das belebt den Chat und so. Ich find das schade, dass hier Hadouken nicht schreibt. Ich geh davon aus, dass Hadouken der zweite ist. Keine Ahnung. Tobi ist ja nicht da. Tobi ist ja nicht da. Vielleicht kommt er später noch. Das würde mich freuen. Ich habe eine sehr kleine Viewerschaft, aber dafür sind sie da. Und ich habe auch nur einen Teil mit zum Beispiel einem Notebook bestochen. Ich könnte das machen, was Coverborne ganz am Anfang gesagt hat. Und, äh, lässer in dem Tal da treffen. Hmm. Überall Skelette und Spinnweben. Kamazon ist wieder hier. Da kann ich erst mal speichern. Ich habe Vatras deinen Brief gegeben. Quest abgeben. Ich habe nichts anderes von dir erwartet. Dank dir. Ich will deine Fähigkeiten erlernen. Sicher? Was willst du wissen? Keine Lernpunkte. Aber was soll's. Oh, bald steige ich wieder eine Stufe auf. Warum sind hier jetzt Spinnweben? Die waren beim letzten Mal noch nicht da. Und dann, beim letzten Mal als ich hier war, hatte ich auch noch keinen Grafikmod. Also ist es schwer, das einzuschätzen. Ja. Unsicher, ob es schlau ist, hier lang zu gehen. Aber ich folge mal den Heilpflanzen. Sorry, wenn das... Das ist ein sehr... gemächliches Spiel im Moment. Ich kann daran relativ wenig ändern. Alle anfangen ist immer langweilig. So, so wie das nun mal ist. Ich speichere mal. Nicht, dass ich dich runterfälle und sterbe. Ja... Ja... Ja, der... Der große Vorteil von dem... Kyler. Der große Vorteil von dem Laptop ist, dass man einfach... Ein großes Display hat und dann im Zweifel Kopfhörer anschließen kann, ne? Ich habe das Gefühl, ich gehe in Gegenden, wo ich nicht hin sollte. Das ist doch ein Baran. Jo, wenn ich nicht meine scheiß Fleischwanze mit einmal töten kann, ne? Ich treffe die halt nicht. Aber was erwartet man? Ja, okay. Nehme ich die Fleischwanze halt nicht. Ich nehme aber die Spruchrolle hier. Easy. Ja... Aha. Und der kriecht mich nicht. Das ist natürlich... ...nett. Habe ich genug Pfeile? Sonst lohnt sich das nicht, überhaupt mal hier reinzuschießen. 22, das sollte reichen. Solide. Das gibt auch im Zweifel schön viel Erfahrung. Und wehe, das lohnt sich nicht. Ja, 120 ist voll okay. Wie viele Pfeile habe ich noch? Einen. 79 Geschicklichkeitspunkte fehlen. Okay. Und die Pfeile kann ich nicht wiederholen. Das ist ein bisschen traurig. Aber vielleicht kann ich die Fleischwanze schießen. Nein. Kann ich nicht. Ja, und? Ja, Nahkampf. Die, die Viecher übrigens, die machen mich einfach direkt fertig. Ich sag das nur. Okay, die Fleischwanze ist geschützt. Ja, ich weiß nicht wann Feierabend wäre. Von daher ist das nicht so beeindruckend, diese Zahlen jetzt. Das sind halt Zahlen. Aber ich gehe mal davon aus, dass um 16.30 Uhr eigentlich Feierabend wäre. Das würde ich jetzt mal daraus schließen. So, warum macht Kavalon jetzt einen Waran fertig? Muss ich das wissen? Warum spawnen hier Warane bei Kavalon? Das ergibt doch gar keinen Sinn. Egal. Ja, aber 17 Uhr geht auch voll. So lange kann es auch gar nicht dauern, bis irgendwie Baumlieferung da ist. Und die Kunden abgefertigt sind. Wie lange braucht denn so ein Standardkunde bei der Baumauswahl? Also, wenn ich einen Baum kaufen würde und deswegen wäre ich, glaube ich, ein schlechter Baumkunde für so Weihnachtsbäume, dann gehe ich da hin und will möglichst direkt wieder weg. Weil ich keine Zeit damit verbringen will. Eine Heilwurzel. Habe ich dann alles? Habe ich bestimmt alles dann. Oh, guck mal, Pfeile und Pfeile und Pfeile und Spruchrolle und noch eine Spruchrolle. Geil. Ich glaube, einen Bogen habe ich schon, ne? Also, einen besseren. Ich glaube, das ist schon ein Kurzbogen, den ich habe. Es sieht stark nach einem Kurzbogen aus. Ja. Wenn ich es jetzt noch schaffe, den Goblin fertig zu machen, dann steige ich wahrscheinlich direkt auf. Ja, ich meine ganz ehrlich, wann geht es los, der Verkauf? Das ist in Wirklichkeit der Stream, eigentlich muss man ihn umbenennen. Hadouken, du hast die Ehre. Interview mit einem professionellen Weihnachtsbaumverkäufer. Ist auch nötig, denn das Spiel ist gerade gestürzt. Nevermind hat sich gefangen. Spaß beiseite. Braucht nicht umbenannt werden. Aber, äh, 10 Uhr morgens geht ja auch voll klar. Das Problem daran ist im Zweifel, dass dann ja schon Leute da sind. Ich wette hier, ah, hier ist der Goblin. Sag ich ja. Das Schöne ist, ich wusste bis eben nichts von dieser Höhle. Nicht so wie bei Gothic 1, dass ich immer alles schon weiß. Das ist völlig neu alles. Deswegen kann ich leider auch ein bisschen weniger erzählen. Außer, naja, äh, ja, äh, tschüss. Außer halt schöne Grafik und was ich vorhabe. Aber es gibt wenig Hintergrundinfo. Ein paar Pfeile verschwendet. Aber alle, alle Goblins, die mich angreifen, sind zu viel. Und auch die Feldräuber. Der eine war okay. Aber die alle... Äh, ich war noch nie in dieser Höhle. Das ist der Hauptunterschied. Ich war auch noch nie hier. Der Unterschied ist nicht in der, wie die Höhle ist. Der Unterschied ist darin, dass ich keine Ahnung habe. Goblin 1 kenne ich auswendig. Also so literally. Ich könnte wahrscheinlich... Also natürlich kann ich das nicht, aber... Gefühlt... Seht ihr, was ich meine? Also ich habe einfach keine Ahnung und sterbe random. Bei irgendwelchen Obstacles. Weil ich nicht weiß, wie stark ich bin. Weil ich nicht weiß, wo wann welche Monster kommen. Also wie gesagt, ich wollte eben sagen, ich könnte Goffig 1 wahrscheinlich blind durchlaufen. Das ist wie gesagt stark übertrieben. Aber es ist nicht übertrieben zu sagen, dass ich ziemlich genau weiß, wo welche Monster sind. So, in... Also ich werde halt bei Goffig 1 quasi nicht überrascht. Und mich überrascht auch keine Höhle, weil ich die alle kenne. Und hier gehe ich jetzt halt gerade so durch die Welt und weiß nicht, wo was ist. Weil ich das zum ersten Mal spiele. Mehr oder weniger. Wie gesagt, ich habe halt... Schon mal ein paar Mal hier gespielt. Diese Höhle kenne ich vom letzten Mal. Streng genommen war es das vorletzte Mal. Ich gucke, ob ich hier kochen kann. Nein, hier ist nur ein Bett. Das ist so mein Punkt. Es ist halt neu für mich. Ey, yo, ich habe Mods. Ja, ist okay. Ich troll mal nicht und sage auch welche Mods. Und zwar, oben links siehst du Tag 5 und die Uhrzeit. Spoiler, das ist normalerweise nicht so. Naja, wie gesagt, oben links siehst du Tag 5 und die Uhrzeit. Das ist normalerweise nicht so. Also da habe ich diverse Grafikmods. Und die Tatsache, dass ich rennen kann, ist auch ein Mod. Weil ich keine Lust hatte, nicht rennen zu können. Das war mir zu anstrengend. Oh, kann ich hier kochen? Hier ist ja eine Kochstelle, ne? Wenn die Frau nicht gerade kocht. Aber die kocht immer. Naja, dann muss ich mal aus diesem Tisch hier rausgehen. Und dann... Ja, ich weiß, dass der gerade benutzt wird. Ja, gib mal was zu essen. Hast du was zu essen für mich? Hier, nehm. Bist ein guter Kerl. Stimmt. Aber... Ah, die steht ja auch literally den ganzen... Gut, das ist eine Frau, ne? Ja, Sexismus. Aber war halt früher so. In Anführungszeichen früher. Das spielt ja so ein bisschen in so einer Fantasy, aber halt auch früher Welt, ne? Ich lagge, dann... Ah, versuch mal neu zu starten. Also, refresh mal die Seite. Ich sollte eigentlich nicht laggen. Also zumindest am Spiel lagge ich nicht. Oh, nö. Du kannst auch einfach wieder auf Snowbow wechseln und Kopfhörer anschließen. Und ist okay. Was esse ich denn jetzt? Das ist alles so teuer. Das ist noch viel teurer. Hier Heilpflanze. Und kannst du nicht irgendwie zu wo auch immer du gerade bist gehen und Leute fragen. Heißt das, ich verliere einen Zuschauer in 8% Akku? Acht Minuten? Das wäre sehr schade. Ich empfehle das Handy auszuschalten und auf morgen zu warten und es am Notebook oder so zu gucken. Ja. Das ist glaube ich besser. Viel sinnvoller, falls irgendwas passiert unterwegs. Oder also was passiert eher heutzutage ist ja nicht ich habe das Handy dabei für wenn was passiert und heutzutage hat man das Handy dabei für wenn nichts passiert. Weil es ja immer alles sofort langweilig wird. I can understand, not judging. aber wissen schon. War ja nicht eben noch eine Pflanze, die ich einsammeln konnte und nicht eingesammelt habe, weil ich weggelaufen bin? Weil ich Schiss hatte? Aha. Sah ja. Erwarten war so 8 bis 10 Uni-Kram. Ja gut. Dann ist vielleicht eine gute Idee keinen Wecker zu haben oder bis ist sein Handy nicht dein Wecker? Ich habe das Gefühl, dass es nicht ganz durchdacht wird. Es war genauso wie du sagst. Omas Geburtstag. Wie alt wird sie denn? Und soll sie vielleicht älter werden? Dann würde ich da vielleicht nicht hingehen. Hashtag Corona. Aber muss ja jeder selber wissen. Ich werde ja auch zu meiner Oma fahren. Aber ich verkaufe auch keine Tannenbäume. Mal sehen, ob ich durch Zufall die Liste habe. Ja, ich will ihn an. Oh ja, okay. Das war nicht, was ich wollte. Ich wollte mit ihm reden. Komm her. Ja. Ja, ich will Heilung. Ich suche Heilung. Wieso? Bist du verletzt? Ja. Ja. Dann geh zu Vatras, der wird dich bestimmt heilen und blute nicht meinen Boden voll. Netter Dude. Netter Dude. Wegen der Pflanzen. Wenn du es nicht alleine schaffst, bist du auch nicht als Alchemist zu gebrauchen. Verstehe. Okay, was fehlt mir? Und kann der Typ mal aufhören die ganze Zeit lauter zu spielen? Meine Fresse ist das laut. Wen muss ich hauen? So. Wollen wir mal sehen. Pädagogische Stärke 90. Aber macht doch 100 Schaden. Machen wir jetzt eine Liste? Oder merke ich mir das? Spoiler, ich merke mir das nicht. Ich suche mal Papier. Dauert bestimmt nicht lange. Papier war einfach. Stift war nicht so einfach. Ja, das ist noch eines dieser alten Spiele, wo man Papier braucht. Brauch. In Anführungszeichen. Ich könnte auch einfach ein kurzer Gedächtnis besitzen. Aber habe ich nicht. Heilpflanze. Heilkraut. Heilwurzel. Feuernessel. Das ist ganz schön viel. Feuer. Kraut. Feuer. Wurzel. Das ganze Feuerding fehlt mir wahrscheinlich, ne? Goblin. Beere. Das ist... Junge, warum will ich nochmal... Warum will ich nochmal Alchemist werden? Das ist richtig dumm. Das scheint mir das schwerste zu sein. Und Kronen... Stöckel. Stöckel. Okay. Yo. Feuerkraut. Easy. Okay, die Feuerwurzel fehlt mir. Kronenstöckel habe ich. Weidenbeere brauche ich nicht. Weidenbeere brauche ich nicht. Feldknöterig habe ich. Drachenwurzel, Feuerwurzel und Snapperkraut fehlen. Easy. Na dann. Dann gehe ich mal zu Bospa und verkaufe ihm erstmal die Wolfschfelle. Ich hab was anderes gehört. Das ist wirklich nicht meins. Sag nicht, das hast du nicht gebusst. Das höre ich zum ersten Mal. Ach, erzähl mir nicht sowas. Das ist eine schlimme Sache von mir. Wegen der Wolfsfelle. Wir hatten uns auf ein halbes Dutzend geeinigt. Das ist ja schade. Aber du... Wie viele Fälle habe ich denn? Noch mehr Ärger kann ich nicht gebrauchen. Von mir hatte das nicht. Ich hab was anderes gehört. Meine Fresse, das attet ja in Arbeit aus. Was hat er doch vorher gewonnen? Fünf. Er sollte lieber den Mund... Erstmal den Lederbeutel nehmen. Äh... Ich hab gehört, du bist bestohlen worden. Weiß das mal. Von wem hast du das gehört? Vermutlich Bartok, hm? Hatte wohl wieder mal nichts besseres zu erzählen. Na egal. Ich kann dir sagen, wenn ich den Mistkerl in die Finger bekomme, ist da dran. War nur kurz mal nicht im Laden. Als ich wiederkomme, sehe ich ihn gerade noch rausgehen. Mit meinen Bogen über der Schulter. Hab direkt die Wachen gerufen. Aber der Mistkerl ist Richtung Hafen gerannt. Und dort ist er ihnen dann entwischt. Daraufhin hab ich ihnen mächtig Feuer unterm Arsch gemacht. Und sie haben das gesamte Hafenviertel durchsucht. Aber gefunden haben sie nichts. Diese unfähigen Büttel. Ich wette, mein Bogen ist noch irgendwo in der Stadt. Ich hab den Wachen an den beiden Stadttoren Bescheid gesagt. Und die haben niemanden mit meinem Bogen rausgehen sehen. Wenn ich den Mistkerl erwische. Noch mehr Ärger kann ich nicht gebrauchen. Ich erzähl dir doch nichts Neues. Ja gut. Von mir hatte das nichts. Schon wieder 18 Uhr, ne? Ich dachte mir nicht, du hast es nicht gewusst. Mal sehen, ob ich einen Wolf einfach übersehen hab. Auszunehmen. Wird der hier noch rumliegen? Wahrscheinlich nicht, ne? Da ist der Schattenläufer. Hm. Na gut. Aber bei dem Snapper, da gibt es bestimmt Snapperkraut. Wollen wir mal sehen, wie nah ich da rankomme. Wollen wir mal sehen, wie nah ich da rankomme, wa? Okay, nevermind. Kein Snapperkraut. Dafür ein Snapper. Der mich verfolgt. Boah, ich muss mal sagen, das läuft ein bisschen schleppend alles. Das ist ne schlimme Sache. Der Vorteil ist, ich hab eine Million Quests offen, ne? Egal was ich tue, ich komm bestimmt mit irgendwas weiter. Oh. Ich könnte hier... Das war der Kartenzeichner, ne? Das sieht aus wie ein Lagerhaus. Ach ne, das ist die Kneipe. Das ist die Werft. Hey, du hast dir nichts zu suchen, klar? Wer bist du? Das geht dich nichts an. Ich bin hier der Chef, okay? Der Chef? Von was? Von den Kisten? Hey, das Lagerhaus untersteht meiner Aufsicht. Klar, also verpiss dich. Sonst schlage ich dir den Schädel ein. Solide. Ich hab das so ein Gefühl, dass das, was ich suche, im Lagerhaus ist. Das Ehrlicht haut nicht wieder ab. Ich hab sofort das Kriegsrecht ausgerufen. Alle bürgerlichen Richter haben mit sofortiger Wirkung ihre Aufgaben an die königlichen Paladine zu übertragen. Hm. Hat du noch so ruhig? Was los? Hey, guck mal, Alrik. Was machst du hier? Das hier ist mein Zuhause. Aber wenn du meinst, was ich so den ganzen Tag treibe, ich veranstalte Kämpfe. Du veranstaltest Kämpfe? Jeden Tag von mittags bis abends. Und zwar genau hier. Hinter dem Lagerhaus im Hafenviertel. Trautes Heim, Glück allein. Du wohnst hinterm Lagerhaus? Ist nur vorübergehend. Wenn man so viel Geld hat wie ich, kann man sich ebenso einen Luxus leisten. Ich war Ausbilder bei der Armee, hab den Haufen dann aber verlassen, um mein Glück im Abenteuer zu finden. Jetzt bin ich hier in diesem Dreckskaff gelandet. Meine letzten 100 Goldstücke sind bei den Stadttorwachen draufgegangen. Also sehe ich zu, dass ich wieder zu Geld komme. Ich musste sogar mein Schwert verkaufen. Wem hast du dein Schwert verkauft? Ich habe es bei einem der Händler auf dem Marktplatz für ein bisschen Krempel eingetauscht. Jora hieß der Kerl. Die Fackeln und das bisschen Fleisch, das er mir gegeben hat, sind schon lange aufgebraucht. Er wird mir das Schwert wohl kaum umsonst geben. Es ist ein altes Schwert. Er wird nicht viel dafür haben wollen. Betrachte das Geld einfach als zusätzlichen Einsatz für den Kampf. Wow, jetzt soll ich ihm sein Schwert holen. Von dem Typen, von dem ich nichts mehr kaufen wollte, ne? Kannst du mich ausbilden? Ja, gegen Geld wahrscheinlich, ja. Die Lektion ist ganz umsonst. Wie sind die Regeln für den Kampf? Ganz einfach. Alle normalen Waffen sind erlaubt. Keine Logen oder Armbrüste und keine Magie. Wir kämpfen, bis einer von uns beiden zu Boden geht. Und sobald einer flach liegt, wird aufgehört. Klar? Wer die Ecke verlässt, ist draußen. Wenn du also abhaust, gewinne ich. Dein Einsatz sind 50 Goldmünzen. Wenn du gewinnst, bekommst du 100 zurück. Wenn nicht, nun ja, dann ist dein Geld futsch. Alles kapiert? Klar. Ah, es ist schon wieder dunkel, ne? Es wird ganz schön früh dunkel hier im Spiel. Ach, halt die Fresse mit Lord Hagen. Wie hätte das gesagt? Ja. Warum hört eigentlich keiner auf mich? Zwölf Stunden. Habe ich Zeit. Jeden Tag. Ich habe das Gefühl, ich brauche jetzt schon länger als als bei Gothic 1. Gothic 1 war ich irgendwie insgesamt drei Wochen dabei. Und jetzt, also in-game. Und hier bin ich ja jetzt schon fast eine Woche. Ich weiß eben nicht alles auswendig hier, ne? Das ist schon ein ziemlicher Faktor, glaube ich. Und das wird noch viel schlimmer. Äh, nochmal mit Laris reden. Das hatten wir schon beim letzten Mal, ne? Das ist ja schrecklich. Ist die Sache, Emily? Das haben wir schon. Erzähl mir, was du weißt. William, einer der Fischer hier in Korin ist. Erst hatten wir vom... Ja, aber das hat er mir auch schon erzählt, oder nicht? Ich habe was angeregt. Na gut. Das sind da alles nur Gerüchte. Oh, äh, da hinten war doch irgendwie ein Medikus, oder? Zumindest, äh... War das hier? Zumindest bin ich da, glaube ich, gerade eben nachgegangen. Er redet einfach zu viel. Soll ich mich denn noch alles kümmern? Das wird doch keiner mehr hören. Nice. Ach ja, das war der Dude, der mega angepisst ist. Aus Gründen. Erzähl mir nicht sowas. Das ist doch kein Geheimnis mehr. Er meint ja das gleiche. Ich habe was anderes gehört. Haus. Edda. Was hast du da? Eine Fischsuppe. Sie ist nicht besonders würzig, aber wenigstens... Nice, Fischsuppe, Mann. Du kannst gerne einen Teller probieren. Großzügig. Kannst du mir eine Suppe kochen? Ich koche für alle Leute. Auch für dich, wenn du willst. Du musst mir nur einen Fisch bringen. Kannst du mir eine Suppe kochen? Nichts leichter als das. Hier, nimm einen Teller. Kannst du mir eine Suppe kochen? Muss ich das jetzt immer fragen? Heute nicht mehr. Wow. Was kannst du mir über die Stadt sagen? Er hätte ja klappen können. Wir in der Stadt haben Angst vor Dieben. Deshalb ist es keine gute Idee, fremde Häuser zu betreten. Aber wenn du einen Katz zum Schlafen suchst, kannst du gerne in meiner Hütte schlafen. Ich habe noch ein Bett. Was ist das für eine Frau? Hast du keine Angst vor Dieben? Das einzig Wertvolle, was ich je besaß, ist mir schon genommen worden. Meine Innos-Statue wurde mir gestohlen. Wow. Das war das einzig Wertvolle. Beeindruckend. Ja, wenn sie jetzt noch gesagt hätte, wo sie wohnt, war? Das sieht aus wie ihr Haus. Kann ich mir merken? Direkt Frau gefunden. Rein platonisch natürlich. Wir teilen uns die Arbeit. Ich klaue ihr Fisch. Den gebe ich ihr. Und dann kocht sie für mich. Und damit nutze ich ihr Bett. Hört sich nach guter Arbeitsteilung an. Ich würde ja tatsächlich auch gerne mal selber kochen hier im Game. Aber ich darf ja offenbar keine Häuser betreten. Und die Frau hat ja offenbar nur einen Kochtopf davor. Gibt es hier was zu holen? Ah, ein Durchgang. Nice. Aber schöner Soundtrack, oder? Oh, geil. Eine Schmiede. Mit Karl. Keine Ahnung, was Karl macht. Aber wird mit C geschrieben. Das ist was Besonderes. Was führt dich in diese arme Gehburt? Was suchst du hier? Quests. Ja, streng genau, weil ich mich verlaufen. Aber ich seh mich um. Ich seh mich nur mal um. Aha. Dann lass dich besser nicht beim Umsehen erwischen. Das ist okay. Es scheint so, als hätten wir ein paar Diebe in der Stadt, die den reichen Leuten ihren Trempel klauen. Das soll sie doch für ihn kein Problem sein. Die Stadtwache hat letztens das ganze Hafenviertel auf den Kopf gestellt, aber sie hat uns gefunden. Das habe ich schon gefunden. Äh, gehört meine ich. Ja, komm. Was weißt du über die Diebe? Der weiß doch bestimmt, was man erlebt hier. Aber alle Bürger haben Angst und sind misstrauisch geworden, ne? Vor allem Fremden gegenüber. Ärgerlich. Lass dich nicht in fremden Häusern erwischen. Darauf ist keiner gut zu sprechen. Ja. Vor Dieben muss man sich schützen. Ja, normal, ne? Am besten mit einem dicken Knöppel. Kannst du mir was beibringen? Ach, ich schmiede hier ein paar Beschläge und Nägel und repariere Eisenteile. Aber vom Schmieden von Waffen verstehe ich nicht genug, um dich zu unterrichten. Äh, wenn du das lernen willst, dann geh zu Harad. Ja, der kann Waffen schmieden. Aber wenn du ein bisschen deine Muskeln trainieren willst, dabei kann ich dir helfen. Easy. Was willst du fürs Training haben? 50 Goldstücke und ich helfe dir dabei, stärker zu werden. Das ist ein schlechter Deal, wenn ich das bei Laris kostenlos haben kann. War das nicht so? Ich sehe schon, Laris, der ganze Kram mit Laris und so, kam ja später dazu. Wenn ich das Recht im Kopf habe. Ich bin ja alt. Für alle, die es nicht wissen, steht auch in meinem Profil, dass ich alt bin. Ah, du kommst mir gerade recht. Ich suche noch einen Assistenten für ein magisches Experiment. Solide. Auch wieder so ein Typ steht. Du willst mit der Wissenschaft einen Dienst erweisen? Immer langsam. Sag mir erstmal, worum es geht. Ich habe einen neuen Zauber entwickelt. Einen Zauber des Vergessens. Ich konnte bereits einige praktische Anwendungen durchführen, aber mir fehlt die Zeit für einen abschließenden Test. Okay. Zauber nehmen. Wir haben ihn auf die Fresse hauen. Ausrauben. Vergessen lassen. Profit. Was habe ich davon, wenn ich dir helfe? Ich kann dir das Brauen von Tränken beibringen. Ich kenne dir die Rezepte von Heilungs- und Mana-Essenzen und Geschwindigkeitstränken. Ja, durch den Mord ist der Geschwindigkeitstrank nicht relevant für mich, aber hey. Erzähl mir mehr über das Experiment und den Zauber. Der Zauber dient dazu, dass der Betroffene verschiedene Ereignisse wieder vergisst. Bisher konnte ich nur feststellen, dass er funktioniert, wenn der Betroffene verärgert ist. Also, wenn er gerade bestohlen oder niedergeschlagen wurde. Auch wenn er eine solche Tat nur gesehen hat, wird er sie wieder vergessen. Heißt das, ich soll irgendjemanden niederschlagen und dann verzaubern? Das macht dann wohl nur Sinn, wenn derjenige nach der Schlägerei wirklich verärgert ist. Hier im Hafenviertel sind Schlägereien nichts Ungewöhnliches. Also müsste ich mir schon woanders ein Opfer suchen. Ja, ich denke, du hast verstanden, worum es geht. Aber um jemanden zu verärgern, reicht es, wenn du ihn angreifst. Du musst ihn nicht niederschlagen. Bevorzugt dafür sind Leute, die alleine sind. Wenn noch weitere Personen anwesend sind, kriegst du nur Probleme mit Lord André. Und es macht wenig Sinn, den Zauber auf jemanden zu sprechen, der dich gerade angreift. Warte auf den richtigen Augenblick. Okay. Hört sich einfach an. Dann nimm diese Spruchrolle und such dir ein geeignetes Versuchsobjekt. Wenn du die Sache erledigt hast, komm zurück und erzähle mir, wie es gelaufen ist. Okay. Buchkommode. Erfahrungen sammeln. Hm. Na gut. Ja. Quest sammeln, ne? Na warte du dreckiger Dieb. Hätte ja klappen können. Ich habe das Gefühl, wenn ich ihn verzauber, dann zählt das nicht. Wäre aber eine schöne Unterhaltung. Ja, der Zauber funktioniert. Hä? Wieso? Na ja, ich habe dich gerade verzaubert. Du hast es vergessen. Ach ja, wieder warten. Good old times. Good old times. Wie früher. Ah genau, apropos früher. Genau. Bevor die Nacht des Rahmens rauskam. Ich habe Gothic damals, das habe ich zwar schon mal erzählt, aber es schadet ja nichts, mich zu wiederholen. Äh, bevor die Nacht des Rahmens rauskam, habe ich ja das Spiel damals im Original gespielt und also gekauft, im Original gespielt und war enttäuscht. Äh, unter anderem, weil es so langsam war. Und das scheinen die repariert zu haben. Weil ich noch wusste, dass man hier richtig, also egal was man steigern wollte, man brauchte irgendwie Geld und es gab quasi nichts zu holen. Und, äh, das war alles super anstrengend. Ende, Ende der Geschichte eigentlich. Äh, wie viel Stärke habe ich denn eigentlich? 21 Stärke. Elfgeschick. Äh, ich habe das Gefühl, ich will lieber, äh, Einhänder lernen. Statt Stärke. Okay, der Plan ist jetzt Einhänder zu lernen. Zu Laris zu gehen. Und mal, äh, gucken was, wo der mich hinführt. Dann sehe ich ein bisschen was von der Welt und es ist nicht so eintönig hier. Genau. Und dann kann ich immer noch zurückgehen. Lass uns mit dem Training beginnen. Genau. Jetzt lasse ich mich von Laris zu, zu dem Hof oder so führen. Ich bin wahrscheinlich noch zu schwach dafür, um, um, um random Leute da fertig zu machen. Aber, äh, äh, hey. Was soll's. Vielleicht finde ich dabei auch noch die fehlenden Kräuter. Äh, Feuerwurzel, Drachenwurzel und Snapperkraut. Ich glaube da nicht dran. Hab mir ja eine Liste gemacht, liegt vor mir. Und dann... Sehen wir weiter. Oh, ich sollte auch mal hier, äh... Einen zweiten anlegen, falls das mit Laris gar nichts wird. Hey, du. Kann, kann ja sein, dass das richtig scheiße ist. Okay, lass uns gehen. Solange mich hier keiner ablöst oder wir mehr über die Vermissten wissen, kann ich hier nicht weg. Danke. Na gut. Dann, äh... Boss Pass Bogen, das Portal. Ich hab echt schon richtig viel Shit jetzt. Ich hab was anderes gehört. Okay. Neuer Plan. Ich geh ins Lagerhaus. Wann selbst ist er nicht darauf gekommen? Und schlag die Waffe, äh, Wache nieder. Vielleicht, vielleicht klappt das. Und, äh, im Zweifel krieg ich dann Erfahrung. Und, äh, das Ehrsicht hat hier halt echt lange rumgehangen. Hey, du bist ja immer noch hier. Jetzt zeig... Okay, ich schlag die Waffe nicht nieder. Das war ein bisschen erwartet tatsächlich. Aber, hab ich noch einen Schlafzauber? Es kann sein, dass ich noch einen Schlafzauber hab. Ja, ja, aller Anfang ist schwer. Sorry dafür. Und vor allen Dingen für die Ladezeiten. Aber, früher, ne? Ich mein, mein PC ist halt ne Kartoffel. Streng genommen ist ne Kartoffel besser. Aber, der, der ist schon ein bisschen komisch. Okay, ich hab aber keinen Schlafzauber. Die Tatsache, dass er so krass auf... Warum ist hier... Achso, die ist leer, ne? Ja, ist nur ein Fass. Die Tatsache, dass er so sehr... Also, der ist Sass. Um das mal irgendwie... In, äh... Slang auszudrücken. Der ist Sass. Sag mal, ist alles klar bei dir? Das Dach wird immer schlimmer. Beim nächsten Regen steht das Wasser bei mir bis zu den Knöcheln. Das ist alles deine Schuld. Okay. Hm. Neuer Plan. Da ich hier offenbar nicht so gut wegkomme. Ab sofort wird Lord André den Oberbefehl... Und auch erst mal nicht aufsteige. Aber... Werde ich jetzt hier mal... Das schwarze Brett angucken. Und zwar ganz viel Steckbriefe. Aha. Das ist doch kein Geheimnis mehr. Worum soll ich mich denn noch alles kümmern? Okay. Habe ich gerade einen Schalter gedrückt? Okay. Was du nicht sagst. Ich drücke den Schalter jetzt nochmal. Nee, ich habe es selbst erlebt. Und kann dann... Jetzt weiß ich nicht, ob das einfach nur eine verkackte Animation ist. Das habe ich schon immer gesagt. Oder... Äh... Das ist mal wieder typisch. Oder das wirklich so der Fall war. Alrik sagt, du hättest sein Schwert. Also ob das wirklich ein Schalter ist. Wie der seine Waffe bei mir für ein paar Fackeln und Fleischbröckchen eingetauscht hat? Genau den. Das Schwert habe ich noch. Wie viel willst du dafür haben? Nun, für dich. Ach, was soll's. Ihr, Nimes, schließlich hast du mir geholfen, mein Gold wiederzukriegen. Das hat funktioniert. Ist doch kein so krasses Arschloch. Ich hätte es nicht mit eigenen Augen gesehen. Na gut. Also dann gebe ich ihm das Schwert. Und dann kämpfe ich gegen ihn und verliere. Oder so. Weiß ich noch nicht. Nach Möglichkeit gewinne ich natürlich. Na ja, ich habe das Gefühl, ich werde verlieren. Warte mal, der ist hinterm Lagerhaus, ne? Und das Lagerhaus ist da vorne. Also müsste er hier irgendwo sein. Oh, langsam kenne ich mich in der Stadt aus. Ein bisschen. Ach, erzähl mir nicht sowas. Ist das Glück nicht wahr, nein? Das hat ja sogar funktioniert. Beeindruckend. Also okay, folgender Plan. Ich gehe zu Eirik, gebe ihm das Schwert, kämpfe gegen ihn, verliere gegen ihn. Und dann werde ich laden und kämpfen, bevor ich ihm das Schwert gebe. Komm her, dann lass mal sehen, was du kannst. Sag ich ja. Also dementsprechend lade ich jetzt, kämpfe erst gegen ihn, gebe ihm danach das Schwert. Und wenn ich das jetzt auch nicht schaffe, dann bin ich sehr frustriert. Was soll's. Dann ist das eben so. Habe ich schon erwähnt, dass ich mich darauf freue, nicht mehr mit dieser Kartoffel spielen zu müssen. Können ja auch alle drauf freuen. Wenn die Ladezeit dann nicht mehr irgendwie eine Stunde beträgt. Das wird richtig gut. Alles klar. Ich will gegen dich kämpfen. Hast du die 50 Goldstücke? Hier sind sie. Wir haben einen neuen Herausforderer. Die Wetten sind platziert. Bist du bereit? Komm her. Dann lass mal sehen, was du kannst. Okay, ich seh schon. Besser nicht immer nur feste drauf, sondern auch mal blocken. Das hat geholfen. Junge, Junge. Ja, so soll das nicht aussehen eigentlich. So soll das aussehen. Besser. Ey, diese Kartoffel, ne? Ja. Ich will gegen dich kämpfen. Hast du die 50 Goldstücke? Ich weiß auch nicht, was witziger ist. Zuzusehen, wie ich spiele. Oder zuzusehen, wie mein PC es nicht schafft, Gothic 2 zu streamen. Hier sind sie. Wir haben eine... Die Wetten sind platziert. Bist du bereit? Moment. Lass dir Zeit. Ich fang schon mal an. Ah, deine Mutter. Hm. Sag schon. Ach. Sag schon. Boah. Boah. Der Lateste drauf. Sag schon. Werte, Lord André, ist angewiesen worden, jegliches Vergehen oder Widerstand gegen die Garde des Königs aus Schwersten bestraft. Schnell was essen. Nicht, dass er sich denkt, oh, den werde ich jetzt einfach noch mal hauen. Mein Schädel. Mann, du hast ja ganz schönen Schlag drauf. Naja, doch nur drei Mal gebraucht. Du hast ja schon genommen. Hättest auch warten können, bis ich es dir gebe. Ich halte mein Wort. Und eine Sache noch. Niemand redet darüber, was hinterm Lagerhaus passiert. Die Milizen lochen hier jeden ein, der sich auch nur die kleinste Sache leistet. Und Kampfwetten sehen die Jungs sicher nicht gerne. Ich hab dein Schwert. Ah. Das ist schon viel besser, als mit einem alten Ast zu kämpfen. Ja, das hast du auch nicht mehr. Hä? Kann ich jetzt noch mal gegen ihn kämpfen? Ich meine, er ist gerade richtig low. Und vielleicht kriege ich noch mal 100 Gold. Ich will gegen dich kämpfen. Hast du die 50 Goldstücke? Hier sind sie. Wir haben einen neuen Herausforderer. Die Wetten sind platziert. Bist du bereit? Komm her. Dann lass mal sehen, was du kannst. Wow. Okay. Never mind. Na mach schon. Hör nicht auf. Der hat gesessen. Hm. Na gut. Works for me. Habe ich dann einfach plus minus null. Aber ist okay. So lerne ich ein bisschen die Kampfmechanik. Und das Geld brauche ich realistisch gesehen nicht. Und er hat mich nicht ausgenommen. War ein guter Kampf. Dein Einsatz ist weg. Mach dir nicht zu viel draus. Es war für einen guten Zweck. Ja, das stimmt. Was weißt du über den Krieg mit den Orks? Da gibt es nicht viel zu erzählen. Der Krieg dauert schon zu lange. Die Landbevölkerung hungert. Überall gibt es Bauernaufstände, die vom König erwarmungslos unterdrückt werden. Der PC ballert. Ist bloß scheiße. Stromverbrauch'n kann auch. Okay. Danke für diese mittelgute Info. Ja, komm, Eintopf. Muss reichen. Okay. Bospassbogen. Das Portal. Okay. Ich gehe jetzt hier mal eben raus. Ich habe noch eine Idee. Ah, ne, ne. Skip war zu hart. Und. Wie viel Gold habe ich? 100. Ich kann nur Kopfhörer einlösen, wenn ich die Leute auch habe. Wohl. Aber das macht nicht. Das habe ich schon immer gesagt. Ich habe es selbst. Ich gehe einfach hier raus. Und gucke mich hier mal um. Da kann ich zumindest hier vielleicht irgendwie Feuerwurzeln und so finden. Hey, hey. Nicht so schnell. Alleine hier draußen herum zu spazieren ist gefährlich. Wo kommst du denn her? Von einem der Bauernhöfe. Ein Bauer also. Dann solltest du besser nicht alleine über die gefährlichen Feldwege spazieren. Wer weiß, wer dir hier auflauern könnte. Ach so. Was ist hier draußen so gefährlich? Vieles. Ich wette, dass du nach der nächsten Wegbiegung schon nach meiner Hilfe schreist. Mal angenommen, ich würde deine Hilfe in Anspruch nehmen. Was würde mich das kosten? Ich bin nur ein bescheidener Diener des Königs und würde nur sehr ungern einen kleinen, hilflosen Bürger des Reiches schröpfen. Jaja, halt die Fresse, sagen wir wie teuer. Wenn du, wenn du mich so fragst, hätte ich nichts gegen eine kleine Starthilfe für unsere zukünftigen Geschäftsbeziehungen einzuwenden. Zehn Goldmünzen sollten für den Anfang kaufen. Ja, easy, Mann, wenn er mir hilft. Warum nicht? Auf jeden Fall besser als im alten Lager die ganzen Leute, die man nur Kopfgeld brauchen. Okay. Essen. Speichern. Und dann habe ich da, glaube ich, einen Wolf gesehen, na? Messer anlegen hilft. Und dann, wenn du, wenn du, wenn du, wenn du, Okay, die Kampfmechanik habe ich noch nicht raus. Aber kommt bestimmt noch. Die ist auf jeden Fall ziemlich anders als bei Gothic 1. Oh, eine Feuernässe. Das hilft mir nicht, ich brauche Feuerwurzel, wa? Hey, du! Ich brauche deine Hilfe. Wenn es unbedingt sein muss! Ich werde von Monstern angegriffen. Im Moment sehe ich aber gar keine... Deine Mutter. Ja, kommt mit. Besser. Das war's mit dir, du Mistvieh! Na gut. Das hat ja schon mal richtig gut funktioniert. Okay, schlecht investierte 10 Gold. Ich dachte, er kommt mit mir mit. Aber jetzt... Oh, Snapperkraut. Direkt auf die Liste schreiben. Dann habe ich jetzt auch Snapperkraut. Fehlt noch Drachenwurzel und Feuerwurzel. Geil. Fast. 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 Das sieht solide aus. Okay, fehlt noch Drachenwurzel. So. Okay. So. also normalerweise mache ich gothic ja gerne auch zum runterkommen nach counter hat sich nicht ergeben wenn ich dann die ja ich weiß ich laber da ziemlich viel von aber wenn ich dann die neue grafiker darf kann ich vielleicht sogar das stream wenn interesse besteht aber ich habe im moment ja sowieso nur zwei viewer in anführungszeichen nur normalerweise jetzt gefragt hey wie sieht es aus bock aber also könnt ihr jetzt gerne sagen wäre voll dabei na komm her du rate von ratten fertig gemacht schon ein bisschen traurig naja da sind noch ein paar ratten und vielleicht ist hier noch irgendwo eine feuerwurzel und jetzt erstmal eine feuernässe da ist ja fast schon gut habe ich nicht genau ich habe einen bogen schade einen fall habe ich noch da toll das sah nach einem volltreffer aus so leeder so leeder so leeder Was ist das? Dicker Mollerat. Bringt auf jeden Fall mehr Fleisch. So. Jetzt ist hier auf jeden Fall alles aus dem Weg geräumt. Zumindest sieht es ein bisschen danach aus. Never mind. Hier ist noch eine Ratte. Ja egal, die lohnen sich sowieso nicht. Nice. Damit habe ich ja meine Ork-Waffe. Ich kann mir allerdings vorstellen, dass hier auch ein Ork ist. Oder auch nicht. Hm. Dann fehlt mir ja nur noch die Drachenwurzel. Und dann... Ich mach dich fertig. Wow. Ja gut. Das war's für dich, Penner. Nice. So will man das sehen. Naja, einfach nicht die Herumtreiber angreifen. Die sind auch mal noch zu stark für mich. Gibt's hier noch was zu holen? Amen. Amen. Ja. It ruf. Hast du noch alles? Bodlerfleisch bringt viel Dunkelpilze nicht so Schade, dass man die Truhen nicht öffnen kann Es regnet ganz schön häufig Was will man machen Drachenwurzel Nice Damit habe ich alles Damit kann ich jetzt theoretisch sogar Alchemist werden, wenn ich möchte Chat, habt ihr irgendwie Eine Vorliebe Was ich tun sollte Wenn ich das richtig im Kopf habe Habe ich jetzt die Wahl zwischen Jäger, wo ich am wenigsten Bock drauf selber drauf hätte Alchemist, wo ich am meisten Bock drauf hätte Und Schmied Schmied wäre auch okay Also Alchemist oder Schmied Was wäre eure Meinung? Und der Mensch erschlug das Tier Und es ging ein in Belias Reich Ich habe mir das schon gedacht Na gut Ich wundere mich über gar nichts mehr Hatte schon Gespräche über Leute Macht aber nichts Meine Meinung will ja keiner hören Wegen der Wolfsfälle Ich habe sie Hier Na bitte Ich habe mir schon gedacht Dass du für die Arbeit geeignet bist Hier hast du deinen versprochenen Lohn Und? Was denkst du? Ist die Arbeit nicht besser Als den ganzen Tag Auf Schwertern rumzuhämmern Oder im staubigen Kämmerlein Fläschchen abzufüllen Weiß ich noch nicht Weiß ich wirklich noch nicht Hey du Was willst du? Lass uns nochmal über die Sache mit dem Ork reden Was? Ein Ork ist aber ein verdammt harter Gegner Wenn ich dich so ansehe Könntest du recht haben Du hast nicht viel auf den Rippen Aber das kann ja noch werden Trotzdem Musst du mir beweisen Dass du den Mut zum Kämpfen hast Geht's vielleicht diesmal auch nur noch mal kleiner? Harkon Der Waffenhändler am Marktplatz Hat mir erzählt Er wäre vor ein paar Tagen Von Banditen überfallen worden Die Mistkerle sollen sich irgendwo draußen Am Osttor rumtreiben Diese feigen Lumpen Sollten nicht viel auf dem Kasten haben Wann hast du die mich fertig gemacht haben? Jeden einzelnen von ihnen Dann weiß ich Dass wir dich hier in der Stadt gebrauchen können Ich würde lieber Die Orkwaffe Ich hab die Orkwaffe Den Typen geben Zeig her Hast du es doch geschafft? Guter Mann Es ist lange her Dass ich eine solche Waffe in den Händen hatte Damals War ich Soldat im Orkkrieg Das waren harte Zeiten Das kann ich dir sagen Hätte dir nicht zugetraut Dass du es schaffst Ich bin da einig Ich mir auch nicht Ich hab ihn ja auch einfach nur beschissen Kann ich bei einem anderen Meister Als Rierling anfangen? Du bist ein guter Mann Ich werde dir meine Zustimmung geben Brian wird noch eine Weile hier sein Und es wird sich schon ein starker Bursche finden Der seinen Platz einnimmt Muss nochmal die Nase putzen Sorry Ja komm Alchemist Scheiß drauf Das ist der anstrengendste Typ Wegen der Pflanzen Wenn du es nicht alleine schaffst Bist du auch nicht als Alchemist zu gebrauchen Ich habe alle Pflanzen, die ich dir bringen sollte Du willst mich doch auf den Arm nehmen Bei Adanus Es ist tatsächlich alles dabei Aus dir könnte vielleicht doch noch ein brauchbarer Alchemist werden Na komm Kann ich jetzt bei dir als Lehrling anfangen? Was mich betrifft Ja Für Harad ist nur wichtig, dass du in der Lage bist Die Stadt zu verteidigen Falls die Orks kommen Ja und so wie es aussieht Hast du ihn davon überzeugt Bosma hat sich sehr zurückhaltend über deine Qualitäten geäußert Ich vermute, er würde dich gerne selber als Lehrling haben Aber am Ende hat er seine Zustimmung gegeben Torn ist ein sehr gläubiger Mann Er hat dir seinen Segen gegeben Das ist ein gutes Zeichen Matteo sagt, er hat dich noch nie in seinem Laden gesehen Damit hast du die Zustimmung von vier Geistern Das reicht aus, um als Lehrling aufgenommen zu werden Bist du bereit, deine Lehre bei mir zu beginnen? Ja komm Ja Meister Na gut, ich hoffe, ich werde diese Entscheidung nicht bereuen Ab sofort darfst du dich als mein Lehrling betrachten Nice Was sind meine Aufgaben? Mir ist klar, dass ich von einem jungen Mann nicht erwarten kann Den ganzen Tag bei mir in der Stube zu verbringen Du wirst mir von Zeit zu Zeit die Pflanzen bringen, die ich brauche Dafür unterweise ich dich in der Kunst der Alchina Jo Mann, wen muss ich zusammenschlagen, damit dieses scheiß Gedudel aufhört? Die Zutaten wirst du dir zum größten Teil selbst besorgen müssen Und ich erwarte von dir, dass du dich als Bürger der Stadt ordentlich aufführst Welche Pflanzen soll ich bringen? Ich werde dir alles abkaufen, was du mir bringst Ich zahle dir dafür den üblichen Preis Für Pilze allerdings werde ich dir einen besonderen Preis zahlen Jo Mann, der ist voll auf Pilzen, wa? Ja, du wolltest Pilze Warum sind dir die Dinger so wichtig? Du bist zwar mein Lehrling, aber alles werde ich dir nicht verraten Äh, ja, dann habe ich jetzt Ich habe hier ein paar Dunkelpilze Ah, das sind die Besten, auch gut gemacht Hier, hast du dein Grund Und hier sind noch ein paar von den anderen Die sind zwar nicht so gut wie Dunkelpilze, aber ich werde sie trotzdem nehmen Unterrichte mich in der Kunst der Alchemie Gut, äh, zuerst einmal die Grundlage Jeder Trank wird aus Pflanzen gemacht, denn sie besitzen die unterschiedlichsten Kräfte Sie tun nichts anderes, als mit all ihrer Kraft zu wachsen Und diese Kraft zu verhindern, ist die Kunst der Alchemie Zur Herstellung eines Tranks am Alchemie-Tisch brauchst du eine Laborflasche Du musst die richtige Rezeptur kennen und die entsprechenden Zutaten haben Es gibt eine Reihe von Rezepturen, die ich dir beibringen kann Tränke, die dir verlorene Kräfte zurückgeben Und sogar solche, die deine Kräfte permanent verändern Du kannst nicht alles auf einmal lernen Also wähle mit Bedacht, welches Wissen du dir aneignen willst Welche Rezepturen kannst du mir beibringen? Ich kenne einige Triff deine Wahl selbst Oh shit Ja, okay Junge, man, dieses scheiß Gedudel Waspa, tut mir ein bisschen leid Der ist so verzweifelt Tut mir tatsächlich leid Du kannst nicht alles glauben, was man hört Er sollte lieber den Mund halten Aber genau so, wie du sagst Ich habe mir das schon gedacht Womit denn? Das ist mal wieder drin Man darf halt nicht alles glauben, was man hört Ich habe da meine Eich, das wirklich wahr? Das habe ich schon gesagt, als er doch vorhört Okay, easy Wo hast du das denn? Ich habe das alles ausgedrückt Schlimme Zeiten, wie sind das? Die Probleme habe ich kommen sehen Was war Regis nochmal? Das hatte doch vorher Ich wundere mich über gar nichts mehr Ah ja Heißt, dass ich kein jetzt in die fucking Oberstadt Ich weiß langsam nicht mehr, was ich glauben soll Hört sich solide an Mach ich das mal Halt! Nur Bürger der Stadt und Truppen des Königs Kommen ins obere Viertel Ich bin Oberbürger der Stadt Ich bin ein angesehener Bürger von Korinus Lass mich durch Was immer die Meister von Korinus bewogen hat Dich als Lehrling aufzunehmen Ich will es gar nicht wissen Du kannst reingehen Aber benimm dich bloß Sonst bekommst du den Ärger deines Lebens Das glaube ich nicht Ich habe schon gegen den Schläfer gekämpft Der war schon ordentlich Was suchst du hier? Äh Ja, was such ich hier eigentlich? Das habe ich früher auch so Ja, Mann Das hat nicht mal eine Tür Das Haus Als ob ich weiß, dass ich da nicht rein darf Okay, ich habe keine Lust die Leute hier anzureden Gibt es hier auch irgendwie Geschäfte? Hey, du Immer, immer Zeig mir deine Ware Okay, okay Okay Das ist jetzt nicht so krass Seine Auswahl Er so Das Gegenteil davon Also Nicht so krass Das ist das Gegenteil von Rot Blau Er sollte lieber den Mund halten Blau Bestimmt blau Und alles, was Innos erschuf Wurde von Velia zerstört Ich glaube ja nicht, dass das alles ist Ich wette ich darf immer auch nicht zu Lord André Nur Männer, die im Dienste des Königs stehen haben Zirke zum Rathaus Sei ja Naja, Lord Hagen Ich muss mit Lord Hagen sprechen Weißt du, wie oft ich das schon gehört habe? Du kannst nicht rein Wenn du es trotzdem versuchen solltest Muss ich dich töten Okay Hat sich ja gelohnt Und wie sich das gelohnt hat In die Oberstadt zu gehen Das ist eine schlimme Sache Okay, ich rede mit Bambo Der hat einen witzigen Namen Was machst du hier? Rumstehen, aufpassen Ich achte darauf, dass niemand die Häuser betritt Ausdrücklicher Befehl von Lord Hagen Und lass dir bloß nicht einfallen Gegen diesen Befehl zu verstoßen Ja Wie ist die Lage? Ruhig Zur Zeit ist alles ruhig Ich kann hell sehen Ich habe für so etwas keine Zeit Okay Man weiß gar nicht mehr, wem man noch glaubt Ah, du schon wieder Du hast es also tatsächlich geschafft Ins obere Viertel zu kommen Es gibt einige Dinge, die du hier beachten musst Sonst bist du so schnell wie da draußen Wie du hier reingekommen bist Es ist dir nur erlaubt Die Häuser der Händler zu betrinken Ich habe fast eine Woche gebraucht, ja Du erkennst sie an den Schildern über der Tür Nur damit keine Missverständnisse entstehen Die anderen Häuser gehören angesehenen Bürgern Dort hast du nichts zu suchen Ja, ich bin auch ein Bürger In diesem Viertel leben die angesehensten Bürger dieser Stadt Also behandle sie mit Respekt Haben wir uns verstanden? Klar Wo finde ich Lord Hagen? Er ist im Rathaus am Ende des oberen Viertels Aber ohne triftigen Grund wirst du nicht vorgelassen werden Ich wundere mich über gar nichts mehr Ich werde mich da nicht einbinden Wo kann ich hier übernachten? Wenn du einen Platz zum Schlafen suchst Geh zum Hotel, direkt gegenüber der Kaserne Die Paladine kommen für die ordentliche Unterbringung Aller Reisen, die in die Stadt kommen, auf Die fahrenden Händler vom Marktplatz Sind auch dort untergebracht Okay Wie werde ich bei der Miliz aufgenommen? Wenn du mehr wissen willst Melde dich bei Lord Andre in der Kaserne Okay Ist irgendwas Aufregendes passiert in letzter Zeit? Ja, dass sie einen wie dich hier reingelassen haben Ist schon ewig nicht mehr vorgekommen Cool Was muss ich tun, um eine Rüstung wie deine zu bekommen? Was? Du bist ja noch nicht einmal bei der Miliz Wie kannst du daran denken Die Rüstung eines Paladins tragen zu dürfen? Nur wenige Soldaten der Miliz Die Außergewöhnliches geleistet haben Haben bisher diese Ehre erhalten Wenn du ein Paladin werden willst Hast du noch einen weiten Weg vor dir, mein Junge Ne, ich will Wassermagier werden Aus Prinzip jetzt Eigentlich will ich immer Feuermagier werden Aber diesmal will ich Wassermagier werden Was machst du hier? Wer bist du denn? Anscheinend bist du neu Und hast noch nicht mitbekommen, wie das hier läuft Man nennt mich Gerbrand Für dich Herr Gerbrand Verstanden? Ist okay Ja, Herr Gerbrand Zumindest verstehst du schnell, wie hier der Hase läuft Wenn meine Geschäfte mal wieder besser laufen Kann ich so einen kräftigen Burschen wie dich bestimmt gebrauchen Du würdest einen prima Lagerverwalter abgeben Kannst du lesen? Natürlich Gut, gut Geschultes Personal bekommt man selten Wie sieht's mit Referenzen aus? Referenzen? Schon gut Ich werde mir dein Gesicht merken Wenn der Handel wieder in Schwung kommt, melde dich bei mir Vielleicht hab ich dann einen Job für dich Alles klar Gibt's was Neues? Leute wie du haben hier oben nichts zu suchen Hier wohnt die ehrbare Gesellschaft Keine Streuner und auch keine Ganoven Wenn du es schaffen solltest Zu Ansehen und Vermögen zu kommen Bist du hier eventuell auch gerne gesehen Nice Netter Typ Netter Typ Das wäre, glaube ich, die richtige Person zum Verprügeln Das Problem ist, dass die tendenziell alle zu stark sind Speichern und in diesen Turm gehen Ja Ich bin ja neugierig Ja, ist okay Ich weiß doch nicht, dass ich da nicht rein darf Irgendwie kamen die da hoch Na gut Jetzt schon wieder dunkel bald, ne? Ja, ist mir egal Ja, ist ja okay, Leute Okay Danke Fuckin Wichser Nichts getan Ist nicht mal abgeschlossen gewesen Scheiß Tor Und ja, immer wenn ich niedergeschlagen werde, werde ich laden Stimmt nicht Nicht immer Aber Häufig Schon alleine Schon alleine Um jedes Mal wieder mich darüber zu freuen Wie lange die Ladezeit ist Und dann wie es stockt Ja, ja Und es wird noch viel schlimmer Gothic 2 ist schon nicht ohne Muss man so mal sagen Davon lasse ich lieber die Finger Äh Okay Von mir erfährt keiner was Ich weiß langsam nicht mehr, was ich glauben soll Oh, ich habe keine Keine Lernpunkte Lernpunkte hätten jetzt was Der erzähle ich gar nichts mehr So Äh, ich werde mal glaube ich zum Hotel gehen Jetzt wo ich weiß, was kostenlos ist Warum soll ich mich denn noch alles kümmern Und Äh Mal gucken, was Sache ist beim Hotel Was du nicht sagst Und ja, ich kenne mich immer noch nicht gut genug aus Und ich könnte zur Miliz uns zumindest mal anfragen Wie es da aussieht Wie es da aussieht Wie es da aussieht Wie es da aussieht Und ich kann mich nicht mehr als ich Was da aussieht Wie ist es bei der Miliz? Lord André ist jetzt unser Kommandant. Vorher unterstand die Miliz dem Stadthalter. Der hatte keine Ahnung von dem, was wir hier tun. Aber Lord André weiß, was er tut. Er sorgt gut für die Männer. Jeder, der hier anfängt, kriegt eine vernünftige Rüstung und eine gute Waffe. Und es gibt Prämien, wenn man seine Arbeit gut gemacht hat. Für jeden gefassten Verbrecher zahlt er ein Kopfgeld aus. Ich will mich nicht der Miliz anschließen. Aber ich will wissen, was passiert, wenn ich frage. Ich will mich der Miliz anschließen. So? Bist du denn Bürger der Stadt? Jo, hat auch lange genug gedauert. Dann rede mit Lord André. Er entscheidet, wer hier aufgenommen wird. Warum seid ihr Paladine in der Stadt? Die Ziele unserer Mission unterliegen der Geheimhaltung. Ich kann dir nur so viel sagen, dass keine Gefahr für die Bürger der Stadt besteht. Du brauchst dir keine Sorgen zu machen. Okay. Ich will das Kopfgeld für einen Verbrecher kassieren. Ich habe eine wichtige Nachricht für Lord Hagen. Nun, du stehst vor einem seiner Männer. Worum geht es? Das muss ich Lord Hagen selbst sagen. Wie du meinst. Aber du solltest eins wissen. Lord Hagen empfängt nur Paladine oder diejenigen, die im Dienst der Paladine stehen. Es ist unter seiner Würde, sich mit Vertretern des gemeinen Volkes abzugeben. Okay. Ist hier irgendjemand gefangen? Was willst du hier? Ich will zu den Gefangenen. Zur Zeit sind alle Zellen leer. Okay. Dann will ich nicht zu den Gefangenen. Ich glaube, ich gehe nochmal zu Skip. Da war ja vorhin. Also vorhin ist es beim letzten Mal. Und diesmal habe ich eine Karte. Okay. Okay. Danke. Das wäre als gedacht. Sorry. Erstmal rumlecken. Ich habe eine Wege. Nun, du stehst. Das hatten wir schon. Das muss. Wie du meinst. Lord Hagen. Es ist. Warum. Die. Ich. Ja, komm. Ich will mich in den Dienst der Paladine stellen. Gut. Ich kann jeden tauglichen Mann hier gut gebrauchen. Wenn du dich in den Dienst der Paladine stellst, werde ich dir zu... Ich habe jedoch meine Befehle, nur Bürger der Stadt bei der Miliz aufzunehmen. Mein Kommandant befürchtet, dass sich Spione oder Saboteure bei uns einschleichen könnten. Auf diese Weise will er das Risiko begrenzen. Eventuell muss ich gleich wieder laden. Ich will zuerst Bürger der Stadt werden. Über den Sinn dieser Regel lässt sich sicherlich streiten, aber Befehl ist Befehl. Okay. Denn ich will immer noch nicht zum Miliz. Ich will jetzt zu Skip. Mal gucken, ob der mir auf der Karte was einzeichnet. Sonst muss ich mir gemerkt haben, in der Vergangenheit, wo es hingeht. Das wird schwierig, weil ich das nicht getan habe und ich nur so begrenzt Lust habe, meinen eigenen Stream anzugucken. Geiler Rochen. Jetzt kommt zumindest ein bisschen Fahrt hier rein, wa? Aus welchen Gründen? Name wieder ein. Dexter. Hier, deine Karte. Okay. Das hat besser funktioniert als erwartet. So. Und jetzt. Gehe ich mit der Karte in der Hand. So schnell es geht. Da will ich auch irgendwann mal rein. Die führt es ja irgendwie zu. Jetzt gehe ich mit der Karte in der Hand. So schnell es geht dahin, wo ich hin muss. Und rede mal mit Dexter. Dexter fand ich ja damals vor ein paar Tagen unsympathisch. Bin man nur am Kiffen, der tut. Und echt nicht der coolste. Ich brauchst du das nicht zu fragen. Aber, äh, hey. Wollen wir mal sehen. Wow. Ich hoffe, der bleibt da nicht für immer, dieser Kreis. Aber ich wette, er bleibt da für immer. Ja gut, dann gehe ich einmal durch die Stadt hier durch. Gut, gut, dass ich schnell rennen kann. Schade, dass ich mich kratzen muss. Alles weiter. Und dann. Ich wundere mich über gar nichts mehr. Ist das bestimmt das falsche Tor? Ja. Natürlich. Schließlich kenne ich mich noch nicht aus. Wir können nur abwarten. Also, planen. Zu Dexter gehen. Mit Dexter reden. Und dann irgendwie mit den verschwundenen Leuten das klären. Dann zu Vatras gehen. Und, äh, Wassermagier werden, na? Ich glaube da nicht dran. Auf dem Weg dahin, aufsteigen. Ich glaube da nicht dran. Das ist doch kein Geheimnis mehr. Und mir Dinge beibringen lassen. Das ist doch kein Geheimnis mehr. Das ist doch kein Geheimnis mehr. Ich weiß noch inzwischen, dass wir uns aber nicht beibringen lassen. Okay. Easy. GG und so. Da ist ja schon wieder ein Wolf. Äh, nicht von Wolf umbringen lassen. Okay, das mit dem nicht umbringen lassen hat zumindest funktioniert. Leider, äh, nicht so gut, wie ich gehofft hätte. Gothic 2. Lieber erstmal speichern. Ah, come on. Besser werden im Kämpfen. Ich habe das Gefühl, ich sollte die Steuerung umstellen. Mit Maus und Tastatur geht es bestimmt besser. Okay, ich benutze jetzt die Maus. Das Problem ist, dass dann dementsprechend... Leertaste muss dann eigentlich springen sein. Oh, ich kann so zur Seite laufen damit. Okay, und jetzt greift er einfach nicht an, oder was? Ja, wow. So viel zu Tastatur und Maus. Was bringt mir das, wenn ich damit nicht angreifen kann? Scheiß. Ja, hat ja funktioniert. Lieber wieder nur Tastatur. Schaden kann es nicht. Okay. Diesen Weg folgen. Okay. Okay. Nicht derailen lassen, habe ich gehört. Ich muss hier unten lang. Junge, man kann sagen, was man will, aber... Aber hier sind viele Wölfe. Ich habe halt kein Fleisch mehr. Ja. Ja. Wo ist denn? Soooo Was ist hier? Oh shit Okay, 3 auf einmal sind zu viel So, das war's mit dir du Mistfee Okay Auch wenn ich wieder mal nur den Typen angegriffen habe Was soll's War das nicht dieses Schwert, was ich 4 Stärkepunkte, ne Naja, wenn ich wiederkomme Hier wird irgendjemand von oben angegriffen Aber offenbar nicht besonders gut ausgeraubt, wenn hier überall Gold liegt Ohne den richtigen Schlüssel kriege ich das nie auf Ich kann ja gar nicht Schlösser knacken, ne Vom Schlösser knacken verstehe ich nichts Wow Na gut Das ist etwas, was ich dementsprechend auch bald lerne Ich bin ja jetzt ehrbarer Bürger der Stadt Da kann ich, wenn ich dann aufgestiegen bin Was gleich der Fall sein sollte Erstmal mit Erol reden Was ist los? Was los ist? Der alten Eule Der Weasleys Schau dir doch mal diese Horei dort drüben unter der Brücke an Hab ich gesehen, ja Was hab ich mein ganzes Leben noch nicht erlebt Diese Saubernde sollte man ausräuchern, sag ich dir Die sind doch schon tot, man Ja, erstmal die wichtigen Fragen stellen Hast du ein Junge der Stadt? Schon lange nicht mehr, mein Junge Ich habe nichts übrig für die korrupten Schweine im oberen Viertel von Corinis Ich hatte dort früher einmal großen Einfluss, musst du wissen Aber das ist schon einige Monate her Was ist passiert? Ich war mit meinen Gehilfen unterwegs Da kamen diese grässlichen Kerle wie aus dem Nichts auf meinen Wagen gesprungen Und haben alle niedergemetzelt Ich kann von Glück sagen, dass ich auch heute noch einen ordentlichen rechten Haken verteilen kann Sonst hätten sie mich sicher auch noch erwischt Ja, happens Der Kram da unter der Brücke gehört dir? Der Karren, die Waren, einfach alles Ich hab da ein bisschen was von deinem Krempel eingesammelt Behalt das Zeug, nichts davon ist wirklich von Wert für mich Das einzige, was unersetzlich für mich ist, sind meine drei Steintafeln, die sie mir gestohlen haben Steintafeln? Der Wassermagier in der Stadt will sie mir abkaufen Und ich habe ihm die Dinger versprochen Ich will sie unbedingt wieder haben Sonst schadet das meinem guten Ruf Ja, ist okay Ja, ist okay Im Nordosten von Korinis war meine Ausbeute am größten Warum suchst du dir nicht einfach neue? Bei der Keilerei mit den Banditen habe ich mir meinen Knöchel verstaucht Wow Ich kann zwar noch laufen, aber sehr weit will ich mit dem schlimmen Fuß im Moment nicht gehen Was waren das für Kerle? Die Banditen, wer sonst? Sie haben die Brücke da oben in Beschlag genommen Jeder, der die Brücke passieren will, wird von ihnen ausgeraubt Ich wusste, dass sie dort oben auf der Lauer liegen Also bin ich unter der Brücke durch Aber mein Karren und meine Waren waren eine zu verlockende Beute für sie Die Mistkerle sind einfach von der Brücke gesprungen Direkt auf meinen Wagen Ich hätte versuchen sollen, mich nachts vorbeizuschleichen Hm Na gut Ich brauche Informationen über eine Waffenlieferung an die Banditen Waffenlieferung? Ja, die gab es Irgendein Schwein aus der Stadt hat ihnen so viele Waffen verkauft, dass sie sie kaum schleppen konnten Einige davon haben die Kerle auf der Brücke, bei der sie mich überfallen haben Die anderen müssen irgendwo auf dem Weidenplateau bei Bengars Hof weitergezogen sein Vielleicht wollten sie damit über den Pass Hm Wo ist das Weidenplateau? Etwa in der Mitte der Insel Korinis liegt die Taverne von Orlan Sie heißt zur Toten Harpie Von dort aus gibt es einen Weg Richtung Süden Dort ist das Weidenplateau unter Eingang zum Pass ins Minental Okay Du hast die Banditen in die Flucht geschlagen? Ja, aber sie sind bestimmt noch oben auf der Brücke Kannst du mir beibringen, auch so hart zuzuschlagen? Sicher kann ich das Zeig mir, wie ich härter zuschlagen kann Aber dafür bekomme ich auch was von dir Hilf mir meinen guten Ruf zu retten und bring mir meine Steintafeln zurück Dann kann ich dir zeigen, wie du deine Stärke im Kampf besser einsetzt Hm Zeig mir deine Ware Ich kann dir nichts verkaufen Mein ganzer Kram Ich kann dir erst wieder was verkaufen, wenn ich zu Hause bin Aber solange ich meine Steintafeln nicht wieder habe, gehe ich hier nicht weg Okay, dann wirst du hier noch länger bleiben, würde ich sagen Ich bin relativ sicher zu schwach dafür Ich werde es trotzdem probieren, aus Prinzip Wir haben es jetzt Mittag Das ist richtig praktisch, man Das hätte ich auch in Gothic 1 installieren sollen Und ich gehe offenbar zurück und an den Weg hoch, den ich vorher nicht hochgehen wollte, weil ich nicht die Welt werden wollte Aber das mache ich jetzt einfach mal Und hier sind wieder Pilze Dafür kriege ich ganz viel Gold Habe ich gehört Was meinst du mit unhöflich? Nicht einfach das zu ignorieren Steintafeln Steintafeln Und auch Hai übrigens Eigentlich habe ich nicht mehr das Gefühl die ganze Zeit nur in mir selber zu reden Oh, äh... Oh, äh... Ja Ja Ach, fester zuschlagen ist immer eine gute Idee Das sind viel zu viele Die machen mich einfach nur direkt fertig Vielleicht kann ich die Leute hier anheuern Keine Ahnung, sag bloß mir Glaubst du wirklich? Alles klar Sobald hier einer was Falsches sagt, geht der Tanz los Also halt lieber die Füße still, sonst gibt's ein Gemetzel Kämpfst du mit? Ich werde nicht hier herumstehen, wenn der Tanz beginnt Aber ich werde es auch nicht heraufbeschwören Man muss eben aufpassen, was du herum erzählt Hey du Mein Mann wird von diesen Halsabschneidern bedroht Wir sind Königstreuebürger der Stadt Und die Söldner wollen uns ausrauben Jetzt steh doch da nicht herum Tu doch irgendwas Hilf uns Äh, ist noch nicht da? Keine Ahnung Er antwortet nicht, aber ich habe zwei Viewer Und... In meinem Kopf Ist er da Aber, hey Gibt's Schwierigkeiten? Er kann ja nicht immer da sein, ne? Er muss morgen arbeiten Es ist alles in Ordnung Es ist besser, wenn du jetzt gehst Bist du sicher? Ja, ja, es ist alles in Ordnung Du, ähm... Ich kann jetzt nicht mit dir reden Von denen wäre ich doch auch fertig gemacht, Mann Was dich auch immer hergeführt hat Besser du vergisst es und verschwindest Hey, Kleiner, hast du dich verlaufen? Geh zurück aufs Feld und pflück ein paar Rüben Wer erzählt denn sowas? Ich speicher jetzt Und dann mache ich die fertig Und zwar von... Weit weg Und, äh... Wahrscheinlich sterbe ich Vier... Fünf... Speichern Achso, ja, der antwortet halt nicht im Chat Naja, sag ich ja... Direkt in Arsch Aber... Ich hab ja noch zwei andere Ja, wie gesagt, er antwortet halt im Chat nicht Und ich gehe dann dementsprechend davon aus, dass er, äh... Nicht da ist Also, mein Punkt ist nicht, ich rede mit mir selbst Damit hab ich kein Problem Aber... Ich... Ich würde halt gern... Also, ich mag halt Feedback Wenn ich sehe, da sind Leute... Dann, äh... Mit ihr kann man sowas nicht machen Zu langsam... Zu langsam... Zu langsam... Ja, man... Zu langsam... Ich will... Was soll der Scheiß? Leg dich nie wieder mit mir an Ich konnte mich nicht bewegen Meine Fresse Jetzt geht das schon wieder los Mit mir kann man sowas nicht machen Okay Da kann man sich nicht drauf verlassen Alle sind gerannt wie die Hasen Ich war ganz allein Komme ich irgendwo hin, wo ich, äh... Nicht erwischt werden kann Wer erzählt denn sowas? Nein Vielleicht kann ich hier hochlaufen Also, ihr habt das Gefühl, mit Magie kann ich das, äh... Kann ich die halt echt gut fertig machen Aber... Ja, ich will hier nicht runterfallen Vielleicht sind sie hier auch zu weit weg Nee Toll Wow Wow So... Solide Meine Fresse Okay Ich level erst Ich habe auf das ganze Laden keine Lust Und ich muss es ja nicht forsen Ich habe ja besseres zu tun Wir können sowas nicht machen Wobei da die Frage ist Was... Was kann man sonst machen, ne? Ich werde mich da nicht einmischen Ich könnte es noch einmal probieren Noch einmal probieren Oder lieber, äh... Da wird sich nie was ändern Lieber nicht Ach komm, scheiß drauf Noch einmal probieren Das Schlimmste was passieren kann ist, dass ich noch mal ein paar Minuten verschwendet habe Das hat eben besser funktioniert Das hat eben besser funktioniert Oh... So... Das ist richtig, schon mal einiges Wie ich auch einfach runtergefallen bin Das hat ja mal so richtig knapp geklappt Hi Nice to see you Nice to see you Ich hatte schon das Schlimmste befürchtet Nun, ich danke Innos, dass es nicht so weiter kommt Sag mir was ich für dich tun kann Nichts. Hauptsache ich habe die Sache gut überstanden Du bist ein außergewöhnlicher Kerl Möge Innos dich auf deinem Weg schützen Was wollten die Söldner von dir? Weißt du das nicht? Oh na, der Großbauer hat sie angeworben Sie bewachen seinen Hof und treiben für ihn die Pacht ein Das heißt sie ziehen von Hof zu Hof und nehmen sich was sie wollen Und wer nicht zahlen kann, der kriegt ihren Stahl zu spüren Hast du etwas über vermisste Bürger gehört? Du machst mir Spaß Gehört meinst du? Mir selbst fehlen einige meiner Leute Tonak und Telbo haben bis vor drei Tagen noch auf meinen Feldern gearbeitet Und ich weiß genau, dass sie nicht einfach so sang- und klanglos den Hof verlassen würden Trotzdem sind sie einfach verschwunden Und niemand kann mir sagen was mit ihnen passiert ist Wenn du ein Lebenszeichen von ihnen finden solltest Dann sagst du mir doch Bescheid, ja? Ja? Und ich habe eine Graphics-Card Ich wünschte wirklich, ich hätte mehr für dich zu tun Aber es sieht wirklich schön Warte mal Du kennst dich doch in der Gegend aus Klar Was willst du wissen? Was finde ich in dem Wald hinter deinem Hof? Da gibt es nur jede Menge Monster Wobei die Wölfe noch die ungefährlichsten sind Angeblich sollen da auch noch ein paar Banditen ihre Höhle haben Na, meinen Hof haben sie bis jetzt in Ruhe gelassen Wo finde ich den Hof von Ona? Geh einfach wieder die Steinstufen runter und folge den Weg weiter nach Osten Irgendwann kommt eine Taverne Da gehst du weiter nach Osten Bis du zu den großen Feldern kommst Da lungern dann schon die selten herum Was ist das für eine Taverne in Osten? Frag mal Randolf Er weiß mehr darüber als ich Er war schon ein paar Mal dort Ich muss gehen Mach's gut Ich wünschte wirklich, ich hätte mehr für dich tun können Es ist die einzige Taverne auf dieser Isle Und Der Farmer war nicht da Wow Warte mal Alles in Ordnung Ja, mir geht's gut Dieser Alvarez ist in letzter Zeit immer dreister geworden Gut, dass es jetzt vorbei ist Jetzt bräuchte ich einen kräftigen Schluck in der Taverne Du gehst in die Taverne? Das ist richtig Jedoch in letzter Zeit nicht mehr Ich kann es mir nicht leisten, dort hinzugehen Was genau passiert dort in der Taverne? Es wird dort gewettet Zwei Kontrahenten treten gegeneinander an Und derjenige, der das meiste Bier verträgt, hat gewonnen Am Ende habe ich nur noch verloren Und nun muss ich erst wieder zu Geld kommen Gegen wen bist du angetreten? Gegen Ruka, den alten Mistkerl Er hat mich bisher jedes Mal geschlagen Doch werde ich irgendwie den Verdacht nicht los, dass mir dieses miese Schwein jedes Mal Wacholder ins Bier gekippt hat Ich vermute, er hat den Wacholder in seiner verdammten Truhe versteckt, die immer bei ihm steht, dieser Dreckskerl Jemand müsste ihm einfaches Wasser in die Truhe schmuggeln Dann kann er von mir aus punchen so viel er will Wenn ich doch nur genug Geld hätte um noch mal gegen ihn anzutreten Okay Nice So, ich habe bereits den Plan gesagt Ich weiß nicht, ob Tobi da war dann Aber ich werde es für dich wiederholen Ich gehe zu Dexter Dexter To To Investigate The missing people But I'm quite sure I'm not strong enough I Could go back And Skill some strength Yeah, that's a good idea I'm not that far So skill strength And then Go back there Yeah, end of story Yeah, end of story Talk to Dexter Probably kill Dexter I don't know I've never played it as I always said before We'll see You Yea You And You 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 Oh, und, äh, by the way, I installed a couple of mods like the time mod in the left hand corner yeah probably that's the problem I will skill strength like I think it was four now I have a decent sword I hated the knife then I will learn some couple of things here I hate this music yeah later because I have some good mushrooms welche Rezepturen kannst du mir beibringen? Ich, äh, kenne einige... Äh, wann, äh, will I kill, or be able to kill Dexter? Die Essenz der Magie ist der einfachste der magischen Trink. Nimm Feuernesseln und Feldknöterich und erhitze sie langsam. Zeig mir deine Ware. Und das ist eine... ... und dann... ... und dann... ... aber mit ihm Bord gespült wurden Bäume und Tiere, und Adanus... ... und Adanus... ... es ist äh... Du bist ja gar nicht so dumm wie du aussiehst. Und, uh, playing, all the time. Wait. Yeah, that's what I told you. Ah, probably it's a mod. Yeah, loot. No, loot? I forgot. Whatever. Ah, if he stops playing, I have. Yeah, whatever. And he told Enos, to take his divine power. And Enos, to take his divine power. And Enos, to take his divine power. Hmm. Yeah, whatever. Yeah, you're right. It was a mod. Like the virus biker mod I play. Yeah. And that's how he told Enos, to take that part of his power in his kingdom, so that he will give it back to people, if the animal will return back. So, when do you think I will be able to kill Dexter? Or, at least try. Ah, that's enough. Oh, and the fast running is also a mod. Because... Ah, nice. It seems much better. Yeah. No, I didn't talk to Dexter. But I know Dexter from Gothic 1. And he's not a very talkative guy. Yeah, I talked to Skip. Sure. Else, I didn't play Gothic 2. At least, really, really not that much. And I wouldn't know that I had to go to Dexter. Without talking to Skip. Because... Yeah. Hmm. Also, I can imagine that here's the Orc. Or something else. Or something else. Yeah. But, as I said, I didn't know. But, where else? Where else? I like the fast running. Yeah. Yeah. Okay. For a moment I thought he will continue chasing me forever. Ah. Firestorm. Ah. Really? I don't wanna go back actually. I probably... Ah, yeah. Whatever. I wanna learn how to open locks anyway. And I can fast run. So... What could possibly go wrong? Maybe. If I'm slow enough. I'm... I'm just waiting. Okay. Yep. Seal. Well, that didn't work better just wait And get the loot I ate some crisps Man should win the war if they are Not killable No 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 Nice That was fun Ah Welche Laserschwerdeffekte? Du meinst, dass das so weiß ist? Das ist nochmal Gothic 2 Wurde von Belia zerstört Adenos aber sah, dass so nichts war Und es wird noch viel schlimmer Das ist wirklich nicht mein Florian Ja Das hat er doch vorher gewusst Kannst du mir beibringen, wie man Schlösser knackt? Ich weiß nicht, ob man dir trauen kann oder nicht Am Ende bist du noch einer dieser Rumtreiber, die nur in die Stadt kommen, um den ehrlichen Leuten ihre Truhen auszuräumen Bevor ich mir nicht sicher bin, dass du ein anständiger Kerl bist, werde ich dir nicht zwei bringen Wow Okay I don't know about the Guts' Amour And I forgot what I wanted here Ah, buy, buy a spell Hmmmm I have no idea where I can buy this spell Firestorm, probably not at Vatras Or from Vatras Zeig mir deine Ware You meant this Or this Hmmmm 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 Ummmm Ja, whatever. I got the monies. Yeah, really the reigning one? Then all will die, but whatever. Why not, why not? I got the money. It's raining fire. Everyone is dead. It's like 500 fire damage in the radius. Should be enough. Oh, there's a wolf, because I saw him, or it. It was with the orc. Oh, come on. I'm used to the gothic one, ki, you know, a.i. Okay. 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 Cool. Yeah, I have a job. And I'm somewhere else. Well, I'm somewhere else now. I have to do other stuff now. Getting out of here. Getting out of here. Going through this door. Not going through this door. Where am I? Okay. It's like... It's like... Oh, fucking shit, man. I want to die from motorrads. Why? Why? Yeah. I haven't learned to fight yet. Sorry. Like myself. Not my character. Okay. At least I know where I am. We can see his god. We can see him. Yeah. Seems legit. Fuck it. I'm all of here. Du sagst mir nicht, du hast das nicht gewusst. Okay. Das will doch keiner wissen. Meinst du mir geht's besser? Ja, ich weiß, es ist nicht der Gothic-Fan-Fan-Fan, sondern der Timing. Und die A.I. sind sehr unterschiedlich. Das ist mein Problem. Ja, ich bin jetzt hier. Ja, ich bin jetzt zu, wo ich bereits wollte. Ich habe den Schevenger. Until I have found out how to fight like I have to, I will just do normal hitting and I won't be very good, obviously. Huh. That has to be the tavern. Is that better? Well, I will sleep, I guess. You could even know yourself. I have nothing to do with that. I have nothing to do with that. Look at who came in there. The owner. And you are right. Yeah, I'm learning fighting. But I really wanted to have a normal weapon and not the knife. What are you doing? What are you doing? Do you still have problems with the city? I'll give you some problems, you wish. I'm looking for a guy. In the city was not to find and the guys here have no idea. The owner. The owner. It may be that that's his name. I'm not sure. I'll probably know it when I'm standing before him. Anything else? Yes, you big head. I have something else. I need weapons. I need proviant. Gold would also be bad. Yeah, I will skill. I will skill fighting. Have you found a weapon in the city? That's not the truth, right? They are just garbage. You mean weapons? The soldiers have weapons. Interesting. I heard about it, that owner, the fat bower, the young people had. Not so bad for such a Landrat. Not bad idea. I might be looking for them. Gold. We all want Gold. Can you do it? What do you do? Do you do it? Do you do it in the house or do it in the hotel? Do you like it? And you have a better plan, yes? You would be a stone, if you knew what I already had on the feet. So, don't be so loud, sonst stop I'm going to your big mouth. Do you do it in the house? Corbyant? You are in a Taverne. The dämling Wirt will not be able to pay you for it. Here you have ten gold. You are a slugger. You can keep your Kröten. I have a better idea. Not far from here, there is a cave. I've been here before. I've been here and I've been here at some point. The cave is only a bit too dangerous. I want you to help me with it. I wonder about nothing more. Let us look for your cave. Come with me. Now? Okay. And he's gone. Wow. Well, he's gone. I don't know if I should load. But I have no idea where he went. Not this way, apparently. Oh my God. I don't know what that is. Let's go. Oh my God. Uh oh, I can do it. Oh my God. 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 Irgendwo da drin habe ich den Kram vergraben. Ich habe die Stelle mit einem Kreuz markiert. Was ist mit dir? Jemand muss doch auf unseren Rückzug achten. So und jetzt rein mit dir. Wenn es nicht lag so hart ist, dann wäre es einfacher. If I die all the time, I can still load. If I die all the time, I can still load. If I die all the time, I can still load. If I die all the time, I can still load. If I die all the time, I can still load. If I die all the time, I can still load. If I die all the time, I can still load. If I die all the time, I can still load. If I die all the time, I can still load. If I die all the time, I can still load. If I die all the time, I can still load. I can still load. If I die all the time, I can still load. I can still load. If I die all the time, I can still load. If I die all the time, I can still load. If I die all the time, I can still load. If I die all the time, I can still load. 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 If I die all the time, I can still load. I can still load. Okay, hi. Ja, sorry. Obviously, the internet broke. Why can't I hit? Oh, come on. Easy. Nice. Loot, 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 loot. Yeah, I hope I'm back. It seems so. Yeah. Yeah, I hope I'm back. Hmm. Ah, convenient. Ah, ich glaube, ich habe etwas gefunden. Ah, ich glaube, ich glaube, ich habe etwas gefunden. Ah, ich glaube. Wo warst du denn so lange? Hast du schon was gefunden? Ja, ich habe ein Säckchen mit Gold ausgegraben. Her damit! Hier hast du es. Das ist gut. Dann sind sie immer noch da. Bist ja doch zu was zu gebrauchen. Okay, hör zu. Ich habe noch mehr vergräben. Und du wirst es mir wieder beschaffen. Aha. Also, auf dem kleinen See mit den zwei Wasserfällen ist eine kleine Insel. Da müsste ein Festek von mir sein. Weiter oben auf dem Weidenplateau habe ich auch zwei Stellen, an denen ich was vergraben habe. Die eine Stelle ist hinterm Bauernhof da oben und die zweite neben dem Eingang zum Pass bei den Wasserfällen. Es führt eine Treppe hinunter von den Feldern des Bauern dort oben zu denen des Großbauern. In dem Talkessel am Ende der Treppe ist eine weitere Stelle. Ich werde bei der großen Kreuzung bei den Feldern des Großbauern auf dich warten. Enttäusch mich nicht. Das würdest du bereuen, klar? Okay. Dinge, die ich tue, schlafen. Das ist doch alles nur Gerede. Ich könnte mir so etwas nicht erlauben. Wer bist du? Ich bin Orlan, der Wirt dieser bescheidenen Schenkel. Was suchst du, Fremder? Vielleicht ein ordentliches Schwert oder einen guten Harnisch? Einen guten Schluck aus den ländlichen Brennereien oder nur eine Information? Das kann ich dir alles geben und noch mehr, wenn deine Münze rollt. Was kostet ein Zimmer bei dir? Gib mir 50 Goldmünzen für eine Woche und du kannst dir ein Zimmer aussuchen. In Ordnung. Hier hast du die Kohle. Hier ist der Schlüssel. Die Zimmer sind oben, aber mach mir nicht alles dreckig und zahl deine Miete pünktlich. Verstanden? Das ist doch alles nur Gerede. Das kann doch nicht wahr sein. Von mir erfährt keiner was. Immer wieder das gleiche. Das ist doch alles. Immer wieder das gleiche. Das wundert mich. Ich erzähl dir doch nichts Neues. Keine Ahnung, das erfüllen wir uns. Ist das wirklich wahr? Das ist kein Geheimnis. Also vom Schlösser knacken verstehe ich nichts. Ist doch wahr. Wenn er das nicht sieht, kann ich ihm auch. Ja, hi. Ich habe gesagt, es war die Zeit. Ja, sorry, Internet broke down. Irgendwann muss das hier so kommen. Als sich das jemals erinnert. Das wird sich nie enden. Das wird sich nie enden. Ich bin ganz normal. Ich habe so etwas geholfen. 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 Das wird sich nie enden. Das war doch schon vorher, glaube ich. Keine Ahnung, es hat blösen hier. Was ist ein schlimmer Sache? At least I have... Erzähl mir nicht, ich kenne so etwas. Ich habe genug zu essen, jetzt. Das hat sich das jemals erinnert. Ja, da kann man sich nicht drauf verlassen. Ich habe so etwas geholfen. Ich habe so etwas geholfen. Ich habe so etwas geholfen. Ja, es ist sehr günstig. Eigentlich ist es nicht, dass es sehr günstig ist, sondern dass es scheiße ist, dass es scheiße ist. Ja, du kannst gut Internet bekommen, das ist der Punkt. Ich bin in einem Apartment, wo die Internet ist ziemlich gut, relativisch. My girlfriend has much worse Internet. Sie hat nur 16 MBit Downloads und ich vergesst, wie viel Upload ist. Oh, 4 MBit. Und das ist 50 Euro pro Monat. Und das ist die Fastest du kannst. Oh, shit. I guess I would die. Okay. So, it's back to the old... Back to the old strategy magic. Huh? Okay. Okay. Ah, shit. Oh, shit. Hm. Ich bin immer wieder das gleiche. Hm. Ich bin selbst. Ich bin selbst. Ich kann mich nicht aufgeben. Ich kann mich nicht aufgeben. Ich bin auch nicht aufgeben. Oh, ja. Before you corrected yourself, it's... What be the right... Hm. Uh, it's quite bad. That's like... Ah, nah, it's better than the landline. Es ist ... Es ist ... Du kannst ... Du kannst aber ... 90 Euro oder 80 Euro für Unlimited und dann ist es 20 Ambit oder 30 für Unlimited und ... und ... 1 GB Data Volume um ... um ... 8 Euro per month Also es ... Es ist ... sehr günstig! So es ist ... Eine Baute ... Das war keine große Sache. Ich weiß gar nicht mehr, wie man glauben. Ich glaube, ich habe etwas gefunden. Aber es ist okay, die Internet ist gut. Können Sie mir helfen und sagen, wo die andere Pläser sind? Ich habe nur diese Pläser und ich habe gesehen, dass es keine Crest in meiner Diary ist. So, ich weiß nicht, wo die andere Pläser sind. Ich würde es empfehlen, wenn Sie mir sagen würden, wenn nicht, dann würde ich es einfach schauen, ich denke. Ist es? Ich weiß nicht, wo es ist. Ich weiß nicht, wo es ist. Ah, hier. Ja, ich habe es nicht gesehen, weil es nicht auf der Mitte war. So, wo ist die Pläser? Und was ist die Pläser? Und was ist die Pläser? Das ist wirklich nicht mein Problem. Oh, ich werde es sehen. Ich werde mich nicht erwarten. Ich werde mich da nicht erwarten. Ich werde mich da nicht erwarten. Und mir weiß niemand was. Er muss einfach mir drehen. Er muss einfach mir drehen. Ich weiß nicht, dass ich die Pläser nicht weiß. Ich weiß nicht, dass ich die Pläser nicht weiß. Ja, ich weiß, unsere Internetprices suck wirklich hart. Ich weiß nicht, wie wirklich. Aber... ... 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 Vielleicht gibt es eine Zeit-Limit. Ich denke, es gibt eine Zeit-Limit. Ich denke, ich werde es jetzt machen, weil... Whatever. Maybe I will succeed? Maybe I won't. I will just try. Try my best. Hmm. Hmm. Yeah. I think so. I have no idea what I should do. I think... Yeah. I will try and get... I will probably die, but... Yeah, I will probably die. Well, then I'll do it later. Fuck it. I will just go back into town, because I'm not strong enough yet. But I don't know what to do. Actually... I know what I can do. Actually... I know what I can do. My Car. I will try to get the moves and do it. Yeah. I know what I'm trying to do. I know what I can do. I don't know what I can do. I don't know what I can do. Ja, in Gothic 3 auch. Ich weiß das schon, aber es ist ein bug in Gothic 3, so... Oh, was hier ist? Nevermind, dann. Ja... Ich bin... Ich mag nicht, dass es so laggy ist. Aber... Wie ich bereits gesagt habe, es wird... Die Zeiten werden verändern. Ich weiß nicht, wie du es mir sagst. Von mir weiß keiner was. Ich weiß nicht, wie du es mir sagst. Ich weiß nicht, wie du es mir sagst. Ich weiß nicht, wie du es mir sagst. Ah... Ich weiß nicht, wie du... Ich weiß nicht, wie du... Ich weiß nicht, wie du es mir sagst. 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 Aber er sah was geschehen war. Und auch er betraten das nach. Ich weiß nicht, wie du es mir sagst. Ich weiß nicht, wie du das kannst. Wenn ich zu der... ...Townsguard. Ich weiß nicht, wie du es mir sagst. Aber ich wollte mit... Was es Lee? Ich glaube, es war Lee. Ah, wrong direction. You know, ich wirklich nicht weiß, wie... Wir werden besser, wir werden besser. Er arbeitet auch den ganzen Tag. I can't do what? Be a Watermaid? Nichts leichter als das? Ja, nimm einen Teller. Obviamente, I can't give her the statue. Ich habe da meine eigene Meinung. Ich werde mich da nicht ansehen. Ich erzähle dir doch nichts Neues. Von mir hat er das nicht. Keine Ahnung, sag du es mir. Hey, du. Du hast hier oben nichts zu suchen. Ihr habt nur Paladine und wir von der Miliz zutritt. Ah, das ist ein Pity. So, I have to be a Fire Mage. Was gibt es denn hier oben? Du stehst hier im Proviantlager der Königlichen Garde der Paladine. Ich bin hier der Proviantmeister. Und verantwortlich für den Paladin-Krempel, dass hier nichts abhanden kommt. Und du bist hier nicht erwischt. Also behalte deine Finger bei dir. Sonst hacke ich sie dir ab. Wir werden sehen. Laris schickt mich. Er sagt, du könntest mir helfen. So? Hat er das? Dann schieß mal los. Was willst du denn von mir? Ich will mich der Miliz anschließen. Das hast du dir wohl so gedacht, was? So lumpige Kerle wie dich nehmen wir aber nicht einfach so ohne Grund. Da müsstest du schon. Erspar mir das Gefase. Sag mir, was ich tun muss, damit du mich bei euch unterbringst. Okay. Dann spitz mal die Ohren. Die Arbeit des Proviantmeisters ist die Hölle, sag ich dir. Das Verwalten der ganzen Kisten und Säcke hier auf dem Platz ist schon schlimm genug. Doch jedes Mal, wenn ich abends in Kalifs Kneipe gehe, da macht sich irgendjemand hier an den Kisten zu schaffen. Und wenn ich am nächsten Tag wieder hier bin, fehlt was. Die Paladiner haben komischerweise nie was gesehen. Ich könnte noch bekloppt werden. Ich kann doch nicht die ganze Nacht hier rumstehen wie so ein Idiot. Du allerdings? Schon klar. Ich soll nachts hier Wache schieben während du in der Kneipe rumhängst. Du es oder lass es. Äh. Ja. 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 Ich weiß, dass ich bereits mit ihm gesprochen habe. Ja. 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 So. Wenn du mich für den Ärger entschädigen kannst, dass den Paladinen mal wieder was abhanden gekommen ist, kommen wir vielleicht ins Geschäft. Passiert das öfter, dass etwas abhanden kommt? Solange der Proviantmeister sagt, dass es alles seine Richtigkeit hat, nicht. Ich verstehe. Ich verstehe. Was hast du anzubieten? Dann pass mal auf. Was? Ja. Was? Ja. Oh. Ja. Ich verstehe. Wenn du dich bist. Das ist nicht. Ich verstehe. Ich verstehe. Ich verstehe. Wie viele منterlektoren sind. Das ist nicht. zu tun? Du hast einen gewissen Einfluss hier oben bei den Paladinen. Farim benötigt deinen Schutz. Er will dafür auch einen Teil von seinem Fang an dich abgeben. Verstehe, was du meinst. Fische. Als ob ich nicht schon genug Mist verwalten muss. Sag deinem Kumpel, er soll zu mir kommen und erzählen, wie das genau war mit der Miliz. Ich werde mich darum kümmern. Du suchst den Mann, der an die Banditen Waffen verkauft? Sagt wer? Sagt Watras. Oh. Was weißt du denn darüber? Nicht viel, aber ich könnte mehr herausfinden. Ach so ist das. Sagst du mir, was du über den Waffenhändler weißt? Pass auf. Wir wissen, dass ein einflussreicher Bürger des oberen Viertels dahinter stecken muss. Und einige der Waffen sollen sogar aus den Beständen der Miliz gekommen sein. Aber wer genau dahinter steckt, das ist. Wenn du genug Mut mit den Knochen hast, eine Gruppe von mindestens fünf Banditen aus dem Weg zu räumen. Kannst du es vielleicht herausfinden? Was ist mit den Banditen? Wir wissen, dass die Banditen zurzeit die Verbindungsstraßen zwischen den Bauern und der Stadt belagern. Außerdem weiß ich, dass es eine Waffenlieferung in den letzten Tagen gegeben haben muss. Vielleicht sind dort bei den Banditen Hinweise zu finden, die den Waffenhändler entlarven können. Wegen des Waffenhändlers. Wie war das nochmal genau? Also. Aber es müssen... Okay. Ich werde heute Nacht auf deine Proviantkisten aufpassen. Schön. Gut, dann komm heute Nacht nochmal wieder und pass auf die Klamotten hier auf. Ich bin in der Zeit dann in Karls-Kneit. Ich bin in der Zeit dann in Karls-Kneit. Hey! Ich habe die Lösung deiner Milizprobleme. Und, wie sieht ihr aus? Martin, der Proviantenmeister der Paderwürde, will sich deine Geschichte von der Miliz und seinen Fischen anhören. Und du meinst, er kann dafür sorgen, dass mich die anderen der Miliz in Ruhe lassen? Hat er zumindest gesagt. Gut. Ich danke dir. Ich kann dir nicht viel geben. Aber warte. Ich habe diesen seltsamen blauen Stein auf einer der Inseln vor Korinis gefunden. Ich glaube zwar nicht, dass er viel wert ist, aber jemand wie du kann ihn sicher gebrauchen. Wenn ich in der Nacht oder in der Nacht oder in der Nacht oder in der Nacht, dann werde ich einfach... ...save. Dann werde ich in der Nacht und ich werde warten. Ah, Evening. Fuck it. So, ich muss jetzt hier stehen, oder... When will he go? ... ... ... Ja, ich könnte... ... 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 Ist das eine schlimme Sache? Skill Man darf nicht alles glauben, was man hört. Lass uns mit dem Training beginnen. Ja... Ich... Ich habe das gedacht, oder ich könnte... Ja... Find it out for myself. Ich hätte das nicht gemacht. Warum soll ich das nicht machen? Ja... Ja, dann wahrscheinlich Night. Aber... Ich würde wirklich gerne ein Water Mage sein. Aber okay. Ich mag die Fire Mages nicht immer weiter. Still hier stehen. Für die Sache von... Produzieren ein paar Content... Ich werde... Save... Ich werde... Turnen die... Brighten, wieder. Denn es ist... Too Bright, jetzt. Und dann... 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 Ich werde... Sleep... Und... See, was passiert. Sonst... Aha. Hey! Was machst du da? Äh... Ich... Das geht dich gar nichts an. Verschwinde! Martin wird sich freuen, wenn ich ihm erzähle, wer hier in seinen Sachen rumkramt, während er nicht da ist. Von mir aus mach doch, was du willst. Ich geh da mal wieder, kleiner Mann. Warte mal! Das ist ne schlimme Sache. Meinst du etwa du kommst jetzt ungeschoren davon? Mach doch wegen dem bisschen Proviant nicht so'n Wind. Das ist wirklich nicht mein Problem. Das war kein Problem. Interessant. Meinst du etwa du kommst jetzt ungeschoren davon? Mach doch wegen dem... Ich wundere mich immer gar nichts an. Kann ich... Maybe... Maybe... Ha, okay. Interessant. 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 Das ist wie es funktioniert. Das war schon vorher klar. Das war schon vorher klar. Hm, was war ich jetzt gleich wie du sagst. Ich hab's ja auch nicht gesagt, du hörst. Das ist die schlimme Sache, es ist doch alles nur gerede. Es muss es schmerzen sein, es ist schmerzen, außerhalb. Das höre ich zum ersten Mal. Ah, es gibt ja nur noch mehr. Das kann ja nicht ewig so weitergehen. Das kann ja nicht ewig so weitergehen. Wasn't he here? Hey! Ich habe den Dieb erwischt. Es ist Rangard, der sich an seinen Lagerbeständen zu schaffen macht. Na endlich. Jetzt weiß ich wenigstens auf wenig achten was. Der Mistkerl. Das gibt eine saftige Abreibung, wenn ich ihn dabei erwische. Ich hab mich schon gewundert, wieso keiner von den Paladinen was gesehen haben will. Und? Wieso? Ist doch klar. Die Idioten können uns von der Miliz doch gar nicht auseinander halten. Für die sehen wir doch alle gleich aus. Das war gute Arbeit, Kollege. Wenn ich irgendetwas für dich tun kann, dann musst du es nur sagen. Du weißt, was ich von dir will. Ach ja, du wolltest zur Miliz, richtig? Deine Fähigkeiten hast du mir ja schon unter Beweis gestellt. Naja, lass es mich mal so ausdrücken. Ich hab's lieber, dich auf unserer Seite zu wissen, als auf irgendeiner anderen. Deshalb werde ich dir helfen. Nimm dieses Empfehlungsschreiben von mir und zeige es André, unserem kommandierenden Paladin. Du findest ihn in der Kaserne. Ich bin mir sicher, dass er dich gebrauchen kann. Was ist das denn schon wieder? Okay. Genau das habe ich auch gesagt. Ich werde schlafen, wenn es... Es ist noch nie dark mehr. Wenn ich eine... Frau, wo ich bleiben kann. Okay. It's a new day, isn't it? Kannst du mir eine Suppe kochen? Nichts leichter als das. Hier, nimm einen Teller. Okay... 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 hmm ah fuck it i'm going to the townsguard why not it's the obvious way i don't want to be fire mage es war genau von selbst ist er nicht darauf gekommen und eben und 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 dann kann ich... ...ein Handed Sword. Ich habe hier ein Empfehlungsschreiben von eurem Proviantmeister. Das ist egal. Dann werde ich dich auch aufnehmen. Sag mir, wenn du bereit bist. Was erwartet mich bei der Miliz? Und das würde ich dann machen. Ein Soldat der Miliz bedeutet viel mehr als nur mit einer Uniform durch die Stadt zu spazieren. Das ist ein dreckiger und auch blanchiger Job. Wenn du einmal dabei bist, machte ein Haufen Arbeit auf dich. Aber es lohnt sich. Neben dem Sold bekommst du vielleicht irgendwann einmal die Chance, ein heiliger Streiter Inneres zu werden. Ich bin bereit, mich der Miliz anzuschließen. Martin, der Proviantmeister, bürgt für dich und hat dich sogar empfohlen. Das alleine genügt mir schon. Du kannst dich uns anschließen, wenn du willst. Aber deine Entscheidung wird endgültig sein. Wenn du einmal die Rüstung der Miliz trägst, kannst du sie nicht einfach ausziehen und gehörst nicht mehr dazu. Bist du bereit, mit uns gemeinsam für Enos und den König zu kämpfen? Ich bin bereit. Dann soll es so sein. Willkommen bei der Miliz. Hier hast du deine Rüstung. Trage sie mit Stolz und Würde. Kann ich jetzt endlich zu Lord Hagen? Du stehst jetzt im Dienst der Paladine. Sie werden dich vorlassen. Aber du solltest ihm besser etwas sehr Wichtiges zu sagen haben. Keine Angst, das habe ich. Denk daran, dass du vor den obersten Paladin trittst. Benimm dich entsprechend. Du vertrittst jetzt nicht nur dich, sondern die gesamte Miliz. Bekomme ich auch eine Waffe? Natürlich. Peck kümmert sich für gewöhnlich darum. Dabei fällt mir ein, ich habe ihn schon lange nicht mehr gesehen. Finde heraus, wo er steckt und bring ihn her. Dann soll er dir eine Waffe geben. Und wenn du schlafen willst, dann kannst du dich in eins der freien Betten in der Schlafbaracke legen. Hey! Erzählst du mir jetzt, warum ihr Paladine nach Korinus gekommen seid? Du gehörst jetzt zur Stadtwache. Also bist auch du den Paladinen unterstellt. Jetzt kann ich dich ins Vertrauen ziehen. Wir kommen im Auftrag von König Roba. Durch den Fall der Barriere sind die Erzlieferungen ausgeblieben. Deshalb holen wir uns das Erz und bringen es zum Festland. Mit dem Erz werden wir neue Waffen schmieden und die Orks zurückschlagen. Okay. Hast du eine Aufgabe für mich? In letzter Zeit nimmt der Verkauf von Sumpfkraut in der Stadt zu. Wir können es uns nicht leisten, dass sich das Zeug verbreitet. Sonst fangen hier alle noch an zu rauchen und sind nicht mehr in der Lage zu arbeiten, geschweige denn eine Waffe zu halten. Vor allem jetzt, da die Gefahr durch einen möglichen Angriff der Orks oder Söldner besteht. Ich vermute, dass die Söldner dahinter stecken. Ich wette, sie bringen das Zeug in die Stadt. Was ist zu tun? Mortis, einer unserer Männer, hat in der Hafenkneipe aufgeschnappt, dass irgendwo am Hafen ein Paket mit Sumpfkraut angekommen ist. Sieh dich dort mal um und bringe mir das Paket. Mhm. Okay. Die Polizei patrouilliert nachts auf den Straßen. Mehr kann ich nicht tun. Okay. Und du wirst dich um die Aufgaben kümmern die ich dir gebe. Verstanden? Ja. 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 Das ist deine Mutter. Ich will das machen. Okay. Völdo, Völdo. Und Mortis wird dir helfen, deine Stärke zu steigern. Aber das Wichtigste ist, dass du lernst, vernünftig mit deinem Schwert umzugehen. Ich werde schon noch einen guten Kämpfer aus dir machen. So silent. Hey. Was willst du? Peck ist nicht da. Okay. Wo ist Peck? Du hast gerade bei uns angefangen, was? Na dann, willkommen bei der Mannschaft. Peck ist schon ziemlich lange in der Stadt unterwegs. Ich wette, er treibt sich bei der süßen Vanya in der roten Laterne rum. Was weißt du über das Paket mit dem Kraut? Als ich letztens in der Hafenkneipe war, habe ich mitgekriegt, wie sich Cardiff und noch so ein Kerl darüber unterhalten haben. Wer war der andere? Keine Ahnung. Aber er meinte, er hätte den besten Lagerplatz für sein Kraut gefunden. Dann haben die beiden gelacht, wie zwei besoffene Orks. Okay. Nice. Nice. Aufgrund der allgemeinen Lage für eurem eigenen Schutz für die Wälder und Wildnis in der Umgebung der Stadt zu meiden. Der zweite ist jeglicher Kontakt zu den aufständischen Bauernschaften in den umliegenden Gebieten straft. Nice. Alles ist gut. Er sollte lieber den Mund halten. Wer muss die Arbeit hier machen? Das habe ich schon immer gesagt. Wer sagt jetzt sowas? Der erzählt ich gar nichts. Okay. Okay. Was machst du hier? Ich bin Novize und komme vom Kloster. Ich erledige die Botengänge für die Magier und auch die Paladine. Ich habe die drei Wirtin der Stadt mit Wein aus dem Kloster versorgt. Okay. Don't want to talk to him. I wonder if I ever will know the layout will know the layout. Ich habe Informationen über die Orks. Lass hören. Sie sitzen im Minenthal fest und dort werden sie wohl auch bleiben. Zur Sicherheit lassen die Paladine den Pass bewachen. Gut. Wenn du noch mehr herausfindest, lass es mich wissen. Was den Ork vor der Stadt angeht. Ja. Mach dir über ihn keine Gedanken. Die Stadtwache wird sich um ihn kümmern. Gut. Wenn du noch mehr herausfindest, lass es mich wissen. Ich weiß, warum die Paladine hier sind. Wirklich? Erzähl. Die Paladine sind hier, um das magische Erz aus dem Minenthal zu holen. Nicht, weil die Orks die Stadt angreifen wollen. Sobald sie das Erz haben, werden sie wieder zum Festland zurückkehren. Danke für die Information. So wie es aussieht, haben wir alle Zeit der Welt, um unser Schiff zu bauen. Sag mir nicht, du hast es nicht gewusst. Wir sind da alles nur gewünscht. Du bist jetzt bei der Miliz? Tja, ich lache mich tot. Ein ehemaliger Sträfling bei der Miliz. Ja. So was kannst auch nur du bringen. Du wirst doch nicht verpfeifen, dass ich für Lee arbeite, oder? Du kennst mich doch. Ich bin Bromor. Das hier ist mein Haus und das sind meine Mädels. Ich mag meine Mädels. Und wenn du meine Mädels auch magst, dann bezahlst du dafür 50 Goldstücke. Und komm nicht auf die Idee, hier Ärger zu machen. Sind deine Mädchen noch vollzählig? Selbstverständlich. Oder glaubst du, ich will wegen sowas im Knast landen? Nicht volljährig. Ich meine vollzählig. Ist dir mal ein Mädchen abhanden gekommen? Ach so, ja. Tatsächlich ist eins meiner Mädchen weg. Lucia ist ihr Name. Ich habe es auch schon der Miliz gemeldet. Aber die behaupten bisher noch keine Spur von ihr gefunden zu haben. Das ist doch kein Geheimnis mehr. Seit wann ist Lucia nicht mehr da? Schon einige Tage. Genau weiß ich das nicht. Ich gehe davon aus, dass sie mit einem ihrer Freier durchgebrannt ist. Das Miststück hat einen Teil meiner Ersparnisse mitgehen lassen. Es war eine sehr wertvolle goldene Schale. Wenn ich sie zu fassen kriege, kann sie was erleben. Was geht dich das eigentlich an? Willst du dich jetzt amüsieren oder was? Ja, ich weiß, ich weiß. Hey, du. Ich habe schon bemerkt, dass ich mich an... Day 6 oder so... Ich will dir nur ein paar Fragen stellen über die verschwundenen Leute. Ich könnte dir einiges erzählen, aber nicht hier, Süsser. Dann lass uns nach oben gehen. Gut, aber vorher regelst du das mit Brumor. Ich will keinen Ärger. Du weißt, es ist Day 9. Und wie gesagt, ich bin nicht sogar fertig. Ich habe keine Probleme mit dem, aber es ist nicht so. Entertaining. Ich will mich amüsieren. Gut. Aber, was auch. Die nächsten Stunden deines Lebens wirst du so schnell nicht vergessen. Geh mit Nadja nach oben. Viel Spaß. Hey. Lass uns hochgehen. Heute ist dein Glückstag, Süsser. Gehen wir. Ich glaube da nicht dran. Und das wird noch viel schlimmer. Das ist doch kein Geheimnis. Ich erinnere mich, dass das Spiel ohne die Add-on war viel lazier als das. Also die Add-on hat es viel schneller gemacht. Wer muss die Arbeit machen? Hey, es wird Zeit abzuhauen. Was willst du? Siehst du nicht, dass ich beschäftigt bin? Ich brauche eine Waffe. Also kommt zur Kaserne zurück. Verdammt, deine Waffe kann warten. Los, André vermisst dich auch schon. Verdammt. Okay, ich komme ja schon. Aber wenn du deine Rückmeldung bei André machst, sagst du ihm nicht, dass ich hier war? Ja, ich will nicht. Ich glaube, dass es wird noch viel schlimmer. Er hat mir gesagt, das habe ich schon immer gesagt. Er sollte lieber den Mund heifeln, den ich mich selbst 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 selbst. Worum soll ich mich denn? Er sollte lieber das Worte halten. Das ist ja schrecklich. Er erzählt alles was. Das ist ja schrecklich. Das habe ich schon immer gesagt. Können wir jetzt reden? Hier oben sind wir in der Stil. Ja, ich weiß, ich weiß, aber ich will zu sprechen. Sollte es nicht gerne, wenn wir während unserer Arbeit mit den Gästen reden, ohne dass es ihm etwas einbringt. Du willst also mehr über die verschwundenen Leute hier am Hafen erfahren, ja? Ich weiß nicht, ob ich dir eine große Hilfe sein kann, aber ich kann dir sagen, wohin Lucia verschwunden ist. Wohin ist sie verschwunden? Sie hat sich öfter mit Elvich, dem Lehrling des Tischlers Kerben, aus der Unterstadt getroffen. Ich wette mit dir, dass sie mit dem jungen Kerl durchgebrannt ist. Wo könnten die beiden hingegangen sein? Wenn sie nicht von den Wölfen gefressen wurden, dann schätze ich, sind sie bei den Bauern untergekommen. Wo sollten sie auch sonst hin? Was weißt du sonst noch? Ich habe vieles über verschwundene Leute hier am Hafen gehört. Aber ich bin mir nicht sicher, ob ich den Geschichten Glauben schenken darf. Du solltest dich mal mit den Händlern hier unten unterhalten. Mehr kann ich dir leider nicht sagen. Nun, was ist mit uns beiden, Schätzchen? Immerhin hast du dafür bezahlt. Willst du dich nicht noch ein wenig amüsieren, bevor du wieder gehen musst? Wir haben jetzt eine Penny. Der erzählt gar nichts mehr. Der erzählt gar nichts mehr. Ja, sie sind ziemlich common hier. Ich glaube nicht so was. Er erzählt, erzähl mir nicht so was. Ich weiß nicht jeder, und es wird noch viel schlimmer. Ja. Das ist ja schrecklich. Ich kann keinem erzählen. Ich glaube nicht so was. Ich weiß nicht so was. Warum soll ich mich denn noch alles kümmern? Was war's doch inzwischen jeder? Ja. Probably it wasn't natural, you know. Was ist doch alles kümmern? Ich will eine Weapon. Actually Penny ist ein Adeno-Rave. Es ist ein Adeno-Rave, ich glaube. Es ist die cheap-Version, wie Aldi. Aber Aldi ist independent. Wtf? Was? Wtf? Ich dachte, ich habe ihn hier, um einen Weapon zu geben. Now he's here, he won't give me a weapon. Okay, whatever. Without a weapon, doesn't matter. I need like 150 XP, you know. I want to hit when I try to hit. Okay. Yeah, probably, that was not juice. Quite sure that you bought the apple shoulder. It's apple juice mixed with water and carbonated water. Quite sure. It's a German, I don't want to say speciality, but... Yeah. It's something you'll only get in Germany. I have to go. From me from... It's like when the summer is very hot, it's a good idea. Ich habe etwas anderes gehört. Das ist mal wieder typisch. Wer sagt denn sowas? Ich habe was anderes gehört. Schlimme Zeiten sind das. Das weiß doch inzwischen jeder. Und das ist doch kein Geheimnis mehr. Das ist mal wieder typisch. Ich glaube da nicht dran. Wer sagt denn sowas? Das ist ja schrecklich. Das habe ich schon immer gesagt. Er arbeitet auch den ganzen Tag. Er erzählt alles weiter. Das habe ich schon immer gesagt. Er redet die Antwort zu viel. Das darfst du keinem erzählen. Das darfst du keinem erzählen. Das ist ja interessant. Er erzähle ich gar nichts mehr. Ach, erzähl mir nicht sowas. Harad hat mir von dem Banditenüberfall erzählt. Ach, und? Er will mir seine Zustimmung geben. Eine Stelle als Lehrling anzunehmen, wenn ich die Banditen zur Strecke bringe. Der gute alte Harad. Das ist wohl seine Art, sich dafür zu entschuldigen, dass er zurzeit keine Waffen mehr für mich herstellt. Das ist mal wieder typisch. Das ist ja schrecklich. Zeig mir deine Ware. Ach, erzähl mir nicht sowas. Ja, als ich gesagt habe, das ist wahrscheinlich was ich, was ich gerade gesagt habe. Das ist ja typisch. Er erzählt alles weiter. Ah. Do I have the belt? Das ist ja typisch. Ich habe es selbst erlebt. Warum soll ich mich denn noch alles kümmern? Das ist mal wieder typisch. Zeig mir deine Ware. Was du nicht sagst. Er sollte lieber den Mund halten. Er sollte lieber den Mund halten. Irgendwer muss die Arbeit ja machen. Wer sagt jetzt sowas? Ich habe was anderes gehört. Er arbeitet auch den ganzen Tag. Er erzählt alles weiter. Nicht alles alles weiter. Hmm. Get some monies. Und Belia sprach zu einem Weib. Aber Adas ließ die Flut kommen und das Wesen wurde von... Hey. Du bist also der Miliz beigetreten. Ich habe schon davon gehört. Mal eben schnell Lehrling werden und dann ab zur Miliz. Aber so einfach werde ich es dir nicht machen. Ich erwarte, dass du dich an unsere Abmachung hältst. Und mir regelmäßig Pflanzen und Pilze bringst. Wenn es dich überfordert, zwei Berufe auf einmal auszuüben, musst du eben weniger schlafen. Das ist der Plan, eigentlich. Du wolltest Pilze. Ich habe ja ein paar Dunkelpilze. Ah, das sind die Besten. Oh, gut gemacht. Hier hast du dein Gold. Und hier sind noch ein paar von den anderen. Die sind zwar nicht so gut wie Dunkelpilze, aber ich werde sie trotzdem nehmen. Okay. Zeig mir deine Ware. Hm. Hm. Und hier sind vor dem Tag ein Ding, das hier in Ostland ist. Und hier sind noch so herrlich. So war der Ego. Ego reist, wenn er machten seinen Bereich. Und hier dazu, auch das ist der Menschenstil. Und hier noch in seiner Weisheit. Und hier ist alles, was ihn ist erschrocken. Ich würde von Beliaren zerstören. Adelmos aber sah, dass so nichts sein konnte, kein Licht und keine Dunkelheit. Er arbeitet auch den ganzen Tag. Oh, maybe some magic. Oh, maybe some magic. Well, it's so much stronger. You know, I just. Wait for it. I'll show you what I mean. I won't have done it without magic. Oh, they're my arrows probably. Nice to get them back. What's the name of Marta? I don't know. They were attacking me. It's really solid. Okay. Yeah. Yeah. I know. I didn't see, but I know much from Gothic 1. Is there anything else? No, it isn't. Okay. Okay. Fun fact, I found an add-on. It's labeled the add-on nobody asked for and the add-on nobody deserves. And it brings back much from Gothic 1. Into Gothic 2. And he will just be in the town and do his mud stuff. And he will just be in the town and do his mud stuff. And he will just be in the town and do his mud stuff. Wasting XP. I'm thinking about skilling one-handed sword or bow, but as I in the militia, it's crossbow, I think. Ah, no, it's too hard to kill them all. Fuck this shit, man. I didn't, I couldn't hit them. You weren't there then, but I tried it for like five minutes. Can't hit them properly. And only, I only reduced them by half LP. I don't think about it. Am I not better? Yeah. Nice. That was the one that, uh, that I needed. Yeah, good to know. But he won't give me a crossbow. Or any weapon. I don't know why. Why won't he give me any weapons? Yeah, he is back. I, I, yeah, whatever. I come back tomorrow. But, but I have, like, I have, I have 30% now. I'm now, uh, a warrior. I'm not a beginner anymore. I don't know what you mean. Ah, that's what you meant. Well, I didn't know that and it's too late. Yeah, I didn't know that. I didn't cheat the system because I didn't know. Happens. As I said, happens. It's too late now. You just talk too much. You make it different. That's the guy. Why does no one actually talk to me? But it's not that bad. Hey, dude. Maybe I can learn. And I know, uh, probably, it's very... Yeah. I'm probably very... What's it called? Tiring to watch because I'm a noob at Gothic 2. When will he trust me? I'm in the militia. When? When will he trust me? Can you bring me to the... Hmm... I... I know... I'm in the... Before I'm not... Ah, yeah, okay, whatever. I'm in the fucking militia. There's no, uh, wait. I don't know the crest for him. is it maybe here no yeah hmm okay at least it's fun for you it's okay I don't know where Gritta is but I want to speak to Califf about the weed come on okay I remember like actually 10 years ago what do you have a packet full of Sumpfkraut who has a packet is a rich man probably quite relaxed you know you know you know what's about also spuck's out okay okay let's say a guy in my house that was one of the Söldner he said he had a packet Sumpfkraut am Hafen but he was completely I don't know more I don't know I don't know the arme that's really not my problem is it gonna change any other just gothic two things or just gothic things standing in the table why does he actually this house I don't know no that's Bospur you really don't know everything how do you I don't know I'm a poor widow my name is Gritta since my man's dead I'm concerned about my uncle Torben how are you? as always but I don't want to apologize how are you? as always but I don't want to apologize I don't want to apologize that was quite well I can't do anything probably now I haven't fun fact I didn't need money Was kann ich für dich tun? Was verkaufst du? Ich kann dir alles anbieten was du brauchst um in der Wildnis zu überleben. Waffen, Fackeln, Proviant und sogar Rüstungen. Ja, true, aber Gomez ist das. Seit die Kerle in der Stadt sind, habe ich nichts als Kerl. Ja, wahrscheinlich, uh, es ist nicht. Wenn ich letztens ins obere Viertel wollte, halten mich doch glatt die Wachen auf und fragen mich, was ich da zu suchen habe. Und? Hm. Ah, okay. Okay. Die Paladiner haben deine Ware beschlagen? Well, then let's go on more. Sie haben einfach eine Wache vor dem Hof eingang platziert. Wenn ich Glück habe, nehmen sie nicht alles mit. Zumindest die Rüstungen werden wieder raus. Ah, ich habe die Armour. Ja, es ist nicht mehr disponibel. Ja, es ist nicht mehr disponibel. Aber es ist nicht wichtig. Probable ich kann es lernen. Wie soll ich es lernen? Ja, das ist eine Wache. Ich habe es lernen, wenn ich es nicht sehen kann. Warum hat er sich zwischen seine Brüder, um ihren Streit zu schlichten? Und es gelang ihm nicht. Was ist das? Hmm. Hmm, hmm, hmm. Okay. Yeah, I, I, uh... Yeah, I know, I already have it. The gold. And I talk to Vatras. I want to be in the ring of the water. I don't know what it's called in English. But... I, I have the, uh, necklace for finding weapons. I suspect they are in here. I don't know, and I get just killed by him. That's a problem. Hey, du bist hier immer noch hier. Hatte ich nicht gesagt du sollst dich verpissen? Jetzt zeige ich dir wer hier der Chef ist. Okay. You see. But you're already new, probably. I would like to get him to sleep. And, but I couldn't find any, uh, sleep, um, spell. Yeah, I don't know what there is. But, he is sus. I, I know if someone is sus. And he is sus. You know, like really, really sus. Ah, the good old times. Like loading screens and lagging. Um, I feel like I am 14 again. Playing Gothic 2 for the first time. Yeah. Yeah. Whatever. I, I got the quest from Vatras. And that's why I wanted to, uh, To go to the, uh, To go to the, uh, To Dexter. You know? Ah, it's laggy. Sorry. You know what? I will skill his strength. And then try my luck. Okay. Thanks for... For the king. Wait a minute. This information. Who are you? Ah, nice. I'm Scott. I'm a very good headhunter. Thanks to me, there are some, uh... I, I can't translate it that fast. Sorry. Some people are behind bars. And Lord Andre likes, um... I can chop off the head of a bandit. And, uh... Can give it to him. And then I can... I can get money from him. Okay. You know way too much about Gothic, you know? Well, it's nice. But, what the fuck? How do you know all this stuff? Still can't get anything from him. Okay. Okay. I can't understand actually. All the music is gone again. And, Peg is gone again. What the fuck? There he is. Wait a minute. I... Why can't I get... Like... Stuff from him? Is there any reason? He's back. I brought him back. I... I... I can't do anything. No, Peg isn't asleep. Peg is standing here. Yeah, probably it's a feature. So I never can buy any weapons from the militia. That's a good... Ah, that's a good idea. Thanks. I shouldn't tell... He said I... I shouldn't tell Andre... That... He was in the Red Lantern. Is it called Red Lantern in English? I don't know. So probably I should tell him. Ah, that was a good idea. Yeah? He is already on his post and is going to his duty. Where did you meet him? He is going to the city on the road. Okay, then go to him and let him give a gun. Because of the package, have you found it? Not yet. Hmm... I know that doesn't change anything for you, but... I will now be a grammar Nazi. Germans know about Nazis. Um... The... 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 The thing I've... I've just highlighted. It's... It's... It's like... Genitive. And when he talks... It's... And that's wrong. Genitive would be... Correct. And the voice is wrong. Just saying. Yeah, now you know something about German grammar. And that... In this instance... It's wrong. It's wrong. I wanted to take a gun. Now, see who he is. Our new friend. And he wants to have a sword? You haven't told Andre that I was in the red lantern. You seem to be perfectly fine. Here, take your sword. It's the best thing I have. Probably wrong. Probably a shitty sword. Yeah... Okay. I need more strength. Quite sure. Yeah, but you don't understand the words. That's what I meant. Oh, you probably won't understand the words. I... I... I don't wanna... Say you... Don't understand it. But... I don't know how good your German is. I didn't listen. I want to become stronger. Should I... Should I train strength now? Strength? No? Or... I don't know. I really want to have a better weapon. Yeah. It definitely sounds weird. I don't know man. I just... Level strength. Come wieder wenn... Sorry. If it's the wrong call. But... I have the feeling I need more strength. Now I have the feeling I need more... A better weapon. That I can handle. Then I will... Try to do the... The crest outside... Outside of town. He hasn't anything. Has he? No. On... No? Wer hat dir das erzählt? Ich hab mich mit einem von ihnen unterhalten. Er scheint in seiner Bucht auf dich zu warten. Was wirst du machen? Das sind harte Zeiten. Jeder muss sehen wo er bleibt. Es find doch inzwischen jeder... Ja. Der sagt sowas? Das wird Konsequenzen für dich haben. Hey, hör zu. Ich sag dir alles, was ich weiß und du verpfeifst mich dafür nicht, okay? Ach, erzähl mir nicht sowas. Was weißt du über die Piraten? Sie leben in einem abgelegenen Teil der Insel Korinis. Soviel ich weiß, kann man denen nur mit einer Kogel beim Schiff erreichen. Die Bürger von Korinis fürchten sich vor ihnen, auch zu Recht, weil sie im Grunde ein Haufen übler Halsabschneider sind. Aber wenn du mich fragst, sind sie bei Weitem nicht so schlimm wie die Banditen. Womit handelt ihr? Ich versorge sie meistens mit Narben. Und von ihnen erhalte ich dafür den besten rum, den man in Korinis kriegen kann. Ja, was... Ja. Ich könnte den Handel für dich abwickeln. Das wäre gut. Ich kann Korinis zur Zeit nicht verlassen. Hier, nimm dieses Päckchen und sag's, Kipp, dass er mit dem Rum diesmal nicht so knausern soll. Drei Flaschen sollten es schon sein. Das war alles, was ich wissen wollte. Man nennt sich das an. Hm. Wenn ich es nicht mit eigenen Augen gesehen hätte. Old Packard. Was du sagst? Er sollte lieber den Mund halten. Ah. Er sollte lieber den Mund halten. Er arbeitet auf den ganzen Tag. Hey. Man kann sich das anders. Wenn ich es nicht mit seinen Augen gesehen hätte. Das ist ja schrecklich. Er sollte lieber den Mund halten. Er arbeitet auf den ganzen Tag. Ja. Er arbeitet auf den ganzen Tag. Und wer muss die Arbeit ja machen? Interesting. Er arbeitet auf den ganzen Tag. Er erzählt auf den ganzen Tag. Er spricht auf den ganzen Tag. Das ist doch kein Geheimnis mehr. Das ist ja schrecklich. Ah. Ich zeige mir deine... Er muss die Arbeit ja machen. Er erzählt auf den ganzen Tag. Er erzählt auf den ganzen Tag. Was du nicht sagst. Ach, erzähl mir nicht so was. Er ist ehrlich. Er ist selbst gar nichts mehr. Warum soll ich mich denn noch fragen? Was du nicht sagst. Das ist doch kein Geheimnis mehr. Er redet einfach zu viel. Das ist ja interessant. Irgendwer muss die Arbeit ja machen. Und es wird noch viel schlimmer. Er arbeitet auf den ganzen Tag. Ach, das ist nicht so was. Ich habe was anderes gehört. Das ist mal wieder typisch. Das ist doch kein Geheimnis mehr. Warum soll ich mich denn noch alles typisch? Und es wird noch viel schluss. Ja, ähm... Das ist ja schrecklich. Ich werde eine Hand da auch. Das ist ja schrecklich. Das ist ja schrecklich. Erzähl mir nicht so was. Das habe ich schon. Und es wird noch viel schlimmer. Das weiß doch inzwischen jeder. Schlimme Zeiten sind das. Ich habe was anderes gehört. Ich glaube da nicht dran. Das ist ja schrecklich. Was soll ich noch nicht dran sein? Irgendwer muss die Arbeit ja machen. Irgendwer muss die Arbeit ja machen. Wenn ich es nicht mit eigenen Augen gesehen hätte. Er redet einfach zu viel. Ja, ich weiß nicht, wir werden sehen, was ich tun werde. Aber ich habe eine Frage, soll ich zu Skip gehen oder zu Militia gehen? Ich glaube, dass du es nicht mehr erzählst. Weil, warum nicht? Ich glaube da nicht dran. Irgendwer muss die Arbeit ja machen. Ehrlich, ich habe es selbst erlebt. Schlimme Zeiten sind das. What? Too late? Wer sagt denn sowas? Er erzählt alles. Ich habe ein Package von dem Trailer. Und... Ich könnte auf die Militia Autoskipp gehen. Hier, ich zeige dir die Package. Ja, du musst die Arbeit ja machen. Ich habe was anderes gehört. Okay, wenn du so denkst. Schlimme Zeiten sind das. Ich weiß, ich arbeite für sie. Aber okay. Das habe ich schon immer gesagt. Er erzählt alles. Ach, erzähl mir nicht so was. Irgendwer muss die Arbeit ja machen. Das ist kein Geheimnis mehr. Und es wird noch viel schlimmer. Das ist doch kein Geheimnis mehr. Er sollte lieber den Mund halten. Das ist mal wieder typisch. 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 Ja... Das ist mal wieder typisch. Ich glaube so, aber... ...watever, man. Das darfst du keinem erzählen. Das ist ja schrecklich. Er erzählt alles weiter. Wer sagt denn sowas? Und es wird noch viel schlimmer. Ich glaube, es ist 1.5. Aber ja... Ich weiß, ich weiß. Ich weiß, es ist nicht eine gute Wahl. Aber ich brauche die Geld. Und ja... Was kann ich tun, um dich zu machen? Ich mache stupid Dinge, weil ich nicht die Spiel weiß. So... Du bist ein Pro in diesem Spiel. Ich habe... Es ist mein Job, als Streamer, um dich zu machen. So... Das ist was ich mache, für Ihre Entertainment. Ich weiß, es ist nicht die beste Entertainment. Aber... Das ist alles, was ich jetzt machen kann. Weil ich nicht die coolen Dinge machen kann. Weil ich nicht die Spiel weiß. Sorry. Aber... Ja... Es ist eine Lame excuse. Ich weiß. Eine Lame excuse für meine Läzine. Komm, Skip. Ich habe ein Paket von Baltram für dich. Was denn? Jetzt schickt er schon einen Laufburschen zu mir. Er hat die Hosen gestrichen voll Wasser. Ah, okay. Was will man von so einer Händlerpfeife auch erwarten? Er sagt, er will drei Flaschen von deinem Rum dafür. Das hätte er wohl gerne. Erst lässt er mich hier ewig warten, kommt nicht einmal persönlich und stellt obendrein nur noch Forderungen. Hier, gib ihm zwei Flaschen. Damit soll er zufrieden sein. Wo habt ihr die Leute hingebracht? Ich habe dir schon gesagt, ich werde dir nicht verraten, wo sich unsere Buche... Ah, okay. Ja, ich kann in der Sand. Ja, ich kann in der Sand. Ich bin ein bisschen dummer. Ich bin ein bisschen dummer. aber ja... Sie wissen, wie er ist nur seine Arbeit, zu tun, wie auf dem den Meer. All den Tag. Der Tag. Das ist ja schrecklich Er redet einfach zu viel Das ist doch kein Geheimnis mehr Das ist mal wieder Tüter schrecklich I like the pirate thing Oh, do you mean Ich wär mir da nicht so sicher Ich bin schon Ich hab schon gesagt, er wollte nicht sagen Ich hab schon gesagt, er wollte nicht sagen Und jetzt, wenn ich ihn mit ihm spreche, möchte ich einfach etwas verkaufen Ich weiß nicht, was ich machen Ich weiß nicht, was ich machen Ich weiß nicht, was ich machen Ich kann es nicht Ich habe etwas von den Kressen Ja, ich habe es Ich habe es Ich weiß nicht mehr, was ich glaube Ich weiß nicht mehr, was ich glaube Ich weiß nicht mehr, was ich machen Ich weiß nicht mehr, was ich machen Ich weiß nicht mehr, was ich machen Das war doch klein Ja, ich kann Ja, ich kann Sure Warum nicht Already told you, sorry for the lags Und für den Laufenden Und für den Laufenden mit dem neuen Graphics Card und mit dem neuen Graphics Card alles wird gut Was ist denn jetzt jeder? Wer sagt denn so etwas? Was du nicht sagst? Ich habe etwas anderes gehört Was willst du denn noch? Ich habe nichts mehr geklaut ehrlich, Mann What do you want? I haven't stolen anything anymore Na? Was willst du denn noch? Ich habe nichts mehr geklaut ehrlich, Mann Ja Wie schwer sind die Bandits in der Laufenden? Ich kann nicht Ich kann nicht Ich kann nicht Ich lasse ihn weg Aber jetzt die Krassus failed Oh, fuck Die Krassus Oh ja, sie sind sehr hart, sind sie? Nice Ja Ich habe Ich habe versucht, ich habe versucht Ich habe nicht den Chat Sorry Aber danke für die Warnung Ja Maybe 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 on the bridge I could try to get the stone plates Oh, it's boring I can't I have a feeling Versus Gothic Warn it's really 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 slow No I can't do anything Ah Plates Das kann ich nicht lesen Ah No, even even when I first played Gothic Warn it was much more much faster if I seen really that is interesting again typisch it was way Yeah, I know I know I know but I can give the plates to him if I want if I want I can't okay We're 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 that are there There's No, I don't want to know anything about the gods ja okay 50 xp has to be enough warte mal sie kommen alle aus der verdammten woher kamen die banditen die mein steckbrief dabei hatten wir haben sie in der nähe der russbauern aufgegriffen aber sie sahen nicht aus wie ohne es leute ich denke sie gehören zu einer kleineren gruppe die sich irgendwo in der nähe von honas hof in den bergen verkrochen hat aber wenn du vor hast muss ich dich warnen die hals abschneider machen mit jedem kurzen prozess actually i'm not sure anymore i have so many crests you know where's baltram again and who is baltram wasn't he a trader baltram baltram aber der mensch und das tier führten krieg auf dem land adanos und der zorn der götter war mit ihm und der zorn der bett weir sind ist ein 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 ich keine 's ich Das ist eine schlimme Sache. Ja. Noch mehr Ärger kann ich nicht gebrauchen. Das hat dich schon gesagt. Nein, ich habe es nicht verkauft. Meinst du mir geht es besser? Er sollte lieber den Mund halten. Was genau machst du hier im Hafen? Ich mache das, was alle von uns tun. Ich erledige die Aufgaben, die mir die Wassermagier auftragen. Einige der vermissten Leute sind Fischer. Sie sind mitsamt ihren Booten verschwunden. Deswegen stehe ich hier und beobachte den Hafen. Vielleicht tut sich da noch was. Aber du kannst mir helfen. Pass auf. Ich gebe dir meinen Aquamarienring. Er ist das Erkennungszeichen des Rings des Wassers. Wenn du meinen Ring trägst, werden die anderen von uns erkennen, dass du für mich unterwegs bist. Besorg mir eine Ablösung, damit ich das Ornament zurückbringen kann. Einer von uns hält immer den Marktplatz im Auge. Ich weiß aber nicht wer das im Moment macht. Sprich am besten mit allen, die dort rumstehen. Wenn der richtige Mann meinen Aquamarienring an deinem Finger sieht, wird er sich dir zu erkennen geben. Sag ihm, dass er für einen Ersatz hier am Hafen sorgen soll. Ja, ich wollte das machen. Ist das wirklich wahr? Aber dann sagte er, ich will mit ihm gehen. Aber dann sagte er, ich muss nur die Quäste mit den missingen Personen erst. Er hat auf die falschen Leute gehört. Er muss sich besser wissen. Er weiß gar nicht mehr. Er weiß gar nicht mehr. Er weiß gar nicht mehr, dass er noch nicht mehr ist. Das ist nicht so typisch. Ich weiß gar nicht, warum er sich so aufregt. er erzählt alles weiter worum soll ich mich denn noch alles kümmern was i can do ja, that's all wirklich? das ist ja interessant das ist der Scheiklich wo war sie? das ist doch kein Geheimnis mehr der erzähle ich ganz kurz warum schaust du so skeptisch? ich sehe du trägst das Zeichen des Rings des Wassers du gehörst auch dazu ja dann würde ich dir sagen dass Larus auf seinem Posten im Hafen abgelöst werden will gut in dem Fall würde ich mich darum kümmern dass ich jemanden kümmern verstehe nice ich habe den Rumpf und Skip er hat mir allerdings nur zwei Flaschen gegeben Verdammt teuer, was bildet sich dieser Kerl ein? Ach, gib schon her. Viel kann ich dir dafür jetzt nicht geben. Das hier muss dir reichen. Nice. Ten goals. Ja, aber das ist interessant, weil er letzte Mal hat er gesagt, dass ich die Menschen verabschieden habe, bevor ich mit ihm gehen kann. Das ist was er gesagt hat. Aber danke, danke. Das ist doch nur ein Gespräch. Ich werde einfach mal wiederholen. Ich werde einfach mal wiederholen. Sorry for that. Ja. Was ist das? Das kann ja nicht immer weitergehen. Ich weiß, dass ich noch nicht wusste. Ich muss mich nicht. Ich hätte das nicht. Okay. Man weiß gar nicht mehr, wie man noch glauben kann. Das liegt doch auf der Hand. Ich wundere mich über gar nichts mehr. Was bedeutet mit hidden, Chris? Ich kann nicht mehr viel weitergehen. Hast du wirklich daran? Ja, aber ich habe mit ihm gesprochen. Ich habe auch gesagt, das habe ich auch gesagt. Ich weiß, dass es mir besser geht. Ah, okay. Ah, das ist warum. Hast du wirklich daran? Jetzt weiß ich. Das ist warum ich bin. Ah, sehr gut. Dann können wir endlich hier weg. Mein Aquamarine Ring behältst du am besten erst mal. Dann... Das ist der Grund, warum. Ich vermute, du kannst ihn gut brauchen bis du deinen eigenen bekommst. Okay. Okay, lass uns gehen. Wohin? Nein. Ich brauchst du das nicht zu fragen. Okay. Okay. Dann wollen wir mal. Folge mir. Ich brauchst du das nicht. Das war ein Addon Ding. Das kann er geändert werden. Und jetzt hat er keine Weppe. Ich weiß nicht, warum. Das wird gut sein. Hopefully. Ja. Ich glaube, er hat den ganzen Tag gewonnen. Ah, nicht alles für die XP, nicht alles. Ah, ich nicht. Das ist nicht mein Punkt. Funny, okay. 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 Wow. Okay. Okay. No, I am not that into XP. Okay. 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 Ich habe die Idee, dass ich ihn zu den Bandit oder die Bandit zu ihm bin. Aber sie sind sehr gut geblieben, sehr gut geblieben. Das ist ein Problem. Was ist los, geht's noch? Der Kerl da drüben hat Probleme mit Banditen. Das ist ja toll, aber dafür haben wir jetzt keine Zeit. Okay. Bleib dicht hinter mir. Ja, ich weiß. Ich weiß das. Da muss man doch mal zuhören. Das war doch schon vorher klar. Ja, ich weiß das. Ja, ich weiß das. Ja, ich weiß das was. Hmm. Yeah, he did. Nice. Okay. Why will he disappear? Makes no sense to me, but okay. Yeah, the game is stuck. It isn't anymore, nice. I will just run fast. Why? Yeah, nah, doesn't matter. Old game. Old game is old. And as I said, actually the render distance I pulled it way up. Well, I think it's like the original render distance. If he doesn't see it, I can do it. And the original game, you know? Doesn't matter. Doesn't matter. Doesn't matter. No. 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 um hmm Ja, ja, ich habe zu erzählen, dass er die Weapon verwendet ist, die Mod Because of the long and difficult way he will get an ex. They thought about it, you know. Yo, what the fuck, man Yeah Yeah Doesn't matter Da ist wieder eins von diesen Drecksviechern Nah Probably a good idea Loot, 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 loot Yeah, already did Probably not enough for you, but Doesn't matter Also Suche nach einer Erklärung für diese seltsamen Vorkommnisse Aber das wirst du ja bald selbst sehen Okay, I thought the stream was broken Lass uns weitergehen Bleib dicht hinter mir Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh Ja, es ist sad, es ist sehr sad. Warum ist er weg? Fuck das Scheiße, man. Er ist weg. Er ist auf der Ebene der Render Distanz. Ja, es war wahrscheinlich zu viel. Es war nicht so, wie ein Jahr später? Nicht sogar. Vielleicht ein Jahr. Okay. Nice. Das ist wie es sein soll, ist es? Good game. Das ist was du zu erleben. Playing this game. Doesn't matter. Saved. Kannst du noch? Ja, ja. Lass uns weiter. Bleib dick. I will just follow him. It's an interesting way he goes. But. Whatever. So, hier kann es gefährlich werden. Lass uns weitergehen. Halt dich ein bisschen zurück. Okay. Ja. I noticed. I noticed. Ah, snapper. Ah, he already left. Ah, ich weiß nicht, dass du mit dem Ornament hier in der Bühne rumwanderst. Geh direkt zu Saturas. Wir sehen uns. Sorry. Would have done, but he was... ...there. And then... Yeah, he would. Sure. I'm sure he will. Spoiler, he won't. Because it's Saturas. I don't think that in the three weeks... ...they forgot about the Orr. Four weeks by now. Yeah. I am. Or at least I am trying to be. Okay, prepared. I will just run, if I can't handle. Yeah, that was fast. No, I didn't know, because I didn't know how strong they are. But then my question is, why that magic? You know, I like demons. No, I don't know. Yeah, I had nothing else, you know. Let's go here. Well, short fun. I like doing no work, you know. And the demon was the least work. Yeah, it doesn't matter, I already saw the mages. Loot, 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 loot. Ah, my old friend. Oh, nice. Nice. Nice, in full resolution. Didn't do nothing. They are probably very proud of this video. They are showing it again. Yeah, the cutscene is good. Hm. Yeah. Yeah. Yeah, I know. I know, I know. You know what you've done. You've done. You've done it. 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 Ich will sehen, dann. Was? Woher weißt du das denn schon wieder? Wer? Laris. Ich bringe ihn um. Er hat gegen unsere erste Regel verstoßen. Niemand spricht über den Ring des Wassers. Nobody talks about Fight Club. Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Ich traue dir nur, solange ich dich im Auge habe. Es war Vatras, der mir alles über den Ring erzählt hat. Was? Vatras? Großartig. Von allen Wassermagiern auf der Insel musstest du ausgerechnet an den einen geraten, der dich nicht kennt. Ich halte dich. Mach dieses Mal keine Dummheiten. Ich werde dir Mühe geben. Was machst du hier unten? Diese Hallen der Werbe alte Geheimnisse. Rätselhafte Geheimnisse. Die Innschriften und Wandmalereien lassen auf eine sehr alte Kultur schließen. Alles, was du hier sehen kannst, ist in einer uns gänzlich unbekannten Sprache geschrieben. Wir fangen gerade erst an, sie zu lernen und ihren Sinn zu erfassen. Warum ist euch dieses Ornament so wichtig? Es ist der Schlüssel zu einem Portal. Mehr werde ich dir dazu nicht sagen. Da du dir ohnehin nicht nehmen lassen wirst, auch die anderen Magier von ihrer Arbeit abzuhalten, kannst du einem von ihnen auch eine Nachricht von mir überbringen. Sag Jordian, dass ich ihn hier bei mir zu sehen wünsche. Er hält sich im hinteren Bereich des Gewölbes auf. Du wirst ihn schon finden. Ich hoffe so. Nice. Was hast du gelernt? Und ich möchte mit Lanz sprechen. Ich kann es wahrscheinlich loswerden. Wer bist du? Hi. Ich bin Lanz. Ich helfe die Magier mit den Excavations. Wie geht's? Wie geht's? Ich helfe die Magier mit dem Ich helfe dich? Kann ich helfen? Oh man, that would be nice. You aren't one of us, but whatever. It's not the first ruin we excavated. Before we were in another one. But it wasn't as good as this one. And it's gone with the last earthquake. And because it wasn't very... Wait. Yeah, it wasn't very, very much to get there. So we got here, but Kronos wants to get back. But he can't get back and... He wants me to bring a package there. And he wants to give me a plate, a stone plate, how to teach... What is it called? Ehrlicht in English? Yeah, okay. Wo finde ich? I don't know. Where do I find the old excavation place? You get out of it, and on the left side there's a stone plate. Get to the left, you can't miss it. Okay. Whatever. Yeah, it's a mod, you know. Yeah, the things that you learned. Hey. Yeah. Yeah. Nice. What do you do? What do you do? Nice. Interesting. I see. 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 Oh, yeah. Oh, yeah. Doch wir haben uns geirrt. Hinter diesen Bergen liegt ein Tal. Dort befand sich die Stadt des alten Volkes. Nur zu gerne würde ich die Bauwerke der Stadt sehen, aber wahrscheinlich sind sie längst zu Staub zerfallen. Wie alt schätzt du den Bau hier? Nun, ich kann nichts Genaues sagen, aber er muss schon mehrere hundert Jahre alt sein. Schon was Neues herausgefunden? Es hat sich bestätigt. Die alte Kultur hat tatsächlich an Adanos geglaubt. Warte mal. Vatras gab mir dieses Amulett des suchenden Irrlichts. Ah, ein seltenes Artefakt. Mit seiner Hilfe kannst du das Irrlicht trainieren. Wusstest du das? Kannst du mir dabei helfen? Gerne. Ich habe mich lange mit dieser Art von Magie beschäftigt. Zeig mir, wie ich mein Irrlicht unterrichte. Wonach soll dein Irrlicht denn suchen? Okay. Okay. So... ... ... ... ... ... ... Das ist wirklich nicht mein Problem. Von mir hatte das nicht. Kann ich kurz stören? Du bist es. Dass ich dich nochmal zu Gesicht bekomme, hätte ich nicht gedacht. Ganz schön mutig, dich mal auf uns blicken zu lassen. Es gab Zeiten, da hätten wir dir glatt das Fell über die Ohren gezogen. Du kannst froh sein, dass das schon ein paar Wochen her ist und sich alle wieder beruhigen konnten. Was machst du hier? Meine Aufgabe besteht darin, mehr über die Wächter des Tempels herauszufinden. Das ist schon ein harter Brocken im wahrsten Sinne des Wortes. Diese Steinwächter haben eine mir völlig fremde Eigenschaft. In einem Moment stehen sie völlig leblos herum und im nächsten Moment stürmen sie wie besessen auf dich los. Ich habe ihre treibende Kraft noch nicht bestimmen können, aber eins ist sicher. Sie ist magischen Ursprungs. Erzähl mir mehr über diese Steinwächter. Viel kann ich dir bisher noch nicht sagen. Wir haben sie leider zerstören. Jetzt sind sie ungefährlich. Als wir hierher kamen, haben sie uns angegriffen. Wir konnten sie nur mit vereinten Kräften besiegen. Und ich befürchte, dass hinter dem Portal noch mehr davon auf uns warten. Es muss einen Weg geben, ihre treibende Kraft zu bannen, sodass sie nichts weiter sind als Statuen. Und das auch bleiben. Ja, es ist eine Trend hier auch. Ich denke, es ist eine Trend überall. Warum nicht? Wenn ich mich recht erinnere, haben wir damals schon gehandelt. Sag mir, was du brauchst. Ich glaube, es ist nicht gut, aber wie ich gesagt habe, es könnte besser sein. Ich weiß nicht, wie es könnte, aber ich glaube, es könnte. Es kann. Aber wenn du jetzt fragen kannst, wie? Ich weiß nicht. Was kann ich sell? Was kann ich sell? Hmm. Ich kann das nicht glauben. Ja, aber es ist cool, du weißt. Das ist doch alles nur Gerede. Cool ist ein guter Beispiel. In Deutschland gab es ein Wort für cool, aber dann sagten sie cool. Alles klar? In Deutschland. Was machst du hier? Ich studiere die Sprache der Erbauer. Die Sprache ist der Schlüssel zum Verständnis des alten Volkes. Jeder von uns muss sie erlernen, sonst wäre diese Expedition beendet, bevor sie überhaupt angefangen hat. Die Erbauer haben Steintafeln benutzt um ihr Wissen weiterzugeben. Leider sind viele davon zerbrochen oder wurden schon vor langer Zeit gestohlen. Nein, hier ist es nicht. Es ist noch nicht mehr was ich glaube. Nein, es ist ziemlich oft News hier. Von mir erfährt keiner was. Was steht denn so auf diesen Steintafeln? Sie erhalten das gesammelte Wissen des alten Volkes. Manche von ihnen erhöhen auf magische Weise das Wissen über Kampf und Magie. Für jemanden, der die Tafeln lesen kann, sind sie ein wahrer Schatz. Ich hätte das anders gemacht. Kannst du mir das Lesen der fremden Sprache beibringen? Tja, warum eigentlich nicht? Ich gebe gerne mein Wissen an dich weiter. Lehre mich die fremde Sprache. Fangen wir erst einmal einfach an. Ich kann dich zu Anfang die Sprache der Bauern lehren. Texte, die in der Sprache der Bauern geschrieben sind, handeln in der Regel von weltlichen Belangen, wie Arbeit, Liebe oder die Beschaffung von Lebensmitteln. Es war die gemeine Sprache der Stadt. Die meisten Texte, die man hier findet, wirst du damit verstehen können. Was ist das denn schon? F***. Komm wieder, wenn du mehr Erfahrung hast. Ich dachte, vielleicht ist es 4 oder 3, nein, 5. Ich habe mir das schon gedacht. F***ing s***. Ich hätte das anders gemacht. Ja, aber bei der Liste, wir hatten keine Worte für die Worte. Was hast du wirklich daran? Wir haben Worte, aber es ist nicht auf Punkt. Der Liste ist sehr auf Punkt. Du weißt? Was machst du denn hier? Das ist ja eine Überraschung. Ich dachte, man hätte dich getötet. Beinahe. Es gab einen riesen Wirbel um dich, weißt du das? Ich habe Saturas kaum wiedererkannt. So außer sich war er wegen der Sache damals. Was ist das für ein Portal? Wir vermuten, dass es in das verlorene Tal führt, in dem die alte Kultur ihre Stadt gehabt haben muss. Aber der Stein hinter dem Portal besteht aus meter-dickem, massiven Fels. Auch gibt es keine Anzeichen für Teleportations-Magie. Sehr mysteriös. Ja, ich kann das verstehen. Wenn du bereits eine Worte hast, brauchst du keine andere Worte. Weißt du schon, wie man es aktiviert? Eins der fehlenden Ornamente scheint eine Art magischer Schlüssel zu sein. Wir werden es brauchen, um weiterzukommen. Es muss genau in die ringförmige Vertiefung neben dem Portal passen. Ich glaube nicht, dass sich daran was ändert. Ich habe einen Teil des Ornaments mitgebracht. Ja? Ja, das ist großartig. Hast du eine Ahnung, wo die anderen Teile sind? Den alten Inschriften nach wurde es in vier Teile zerbrochen. Und es sieht so aus, als könnten sich die Teile immer noch auf der Insel befinden. Ich habe mit Medarians Hilfe einige der Inschriften übersetzt. Dort finden sich Hinweise darauf, wo die verbliebenen Stücke sind. Hier, auf dieser Karte habe ich einige Stellen markiert. Sieh dich dort um. Du solltest auf alte Bauwerke achten. Vielleicht sind sie schon etwas verfallen und nicht mehr klar erkennbar. Es könnte alles Mögliche sein. Ein großer Findling, ein Steinkreis, ein Mausoleum oder Ähnliches. Aber was rede ich? Du wirst es schon finden. Viel Erfolg. Man weiß gar nicht mehr, wem man noch glauben soll. Aus welchem Grund wurde das Ornament zerbrochen? Wer auch immer das getan hat, wollte verhindern, dass das Portal jemals wieder geöffnet wird. Je länger ich auf die Inschriften starre, desto mehr erkenne ich, dass die Priester der alten Kultur wahrlich keine Domköpfe waren. Es gab einen guten Grund, dass sie die Region dahinter unzugänglich gemacht haben. Wir wissen nicht, was uns dort erwarten wird. Aber sicherlich ist es nichts Gutes. Was sind Sie ohne estimate? Was ist das wichtig? Was ist das Kommen? Das waucherte geht? Was ist das wichtig? Was ist das hilfств, was hier im Hintergrund des SchaabGO? Was ist das wichtig? Was ist das wichtig? Was ist das wichtig? Wie geht's denn nicht? Er musste es ja besser wissen. Warum hört eigentlich keiner auf mich? Glaubst du wirklich daran? Noch mehr Ärger kann ich nicht gebrauchen. Ist das wirklich wahr? Das höre ich zu mir schon mal. Nice. Ich habe was anderes gehört. Ich weiß langsam nicht mehr, was ich glauben soll. Ich weiß nicht, dass du das nicht mehr rauskommst. Ja, I know, I know. But I can't, I don't have enough XP. Ich glaube nicht, dass ich daran was ändert. Man weiß gar nicht mehr, wem man noch glauben soll. Ich habe so einiges gehört. Ich habe was anderes gehört. Ich würde es lernen, aber ich habe nur 4 XP. Das wird sich das jemals ändern. Bei der Arbeit? Diese Gewölbe sind mir ein einziges Rätsel. Unvorstellbar, dass sie bisher noch niemandem aufgefallen sind. Wir konnten den Eingang mühelos freilegen. Das ist ein guter Punkt. Die Menschen sind so sehr mit ihrem täglichen einerlei beschäftigt, dass sich niemand dieses Bauwerk näher angesehen hat. Ich habe keine andere Erklärung dafür. Vielleicht ist es recently risen. Was ist deine Aufgabe hier? Ich versuche herauszufinden, wohin uns dieses runde Portal führen wird. Außerdem helfe ich Nefarius bei der Suche nach dem fehlenden Parlament. Sicher ist, dass das Portal zu einem Teil der Insel führt, den wir noch nicht kennen. Ich kann mich auch nicht daran erinnern, jemals davon gehört oder gelesen zu haben. Ihr wollt tatsächlich durch das Portal gehen? Sicher. Vorausgesetzt, dass wir das fehlende Ornament finden, versteht sich. Ich gebe zu, es ist schon eine etwas riskante Angelegenheit. Aber wir müssen unbedingt herausfinden, was es mit diesen ständigen Erdbeben auf sich hat. Wie komme ich am schnellsten zurück in die Stadt? Du gehst am besten den gleichen Weg zurück, den du gekommen bist. Du könntest aber auch... Nein, das wäre zu gefährlich. Spuck's aus. Naja, die Erbauer dieser Hallen hatten ihre eigene Art zu reisen. Soweit wir das beurteilen können, konnten sie sich teleportieren. Das ist doch nichts Besonderes. Die Teleportersteine, die wir hier in Korinis gefunden haben, schon. Es scheint so, als würde der Teleporterstein hier in diesen Hallen zur Hafenstadt führen. Jedoch hat noch keiner von uns den Mut aufgebracht, ihn zu benutzen. Ja, das passiert. Kein Problem. Wo ist dieser Teleporterstein? Im Beckenraum gibt es eine Tür. Dahinter habe ich ihn eingeschlossen. Gib mir den Schlüssel. Ich will mir das Ding mal ansehen. Wirklich? Aber ich übernehme dafür keinerlei Verantwortung. Gib schon her. Wenn du meinst. Hier hast du ihn. Kannst du mir etwas über die Magie beibringen? Wenn wir erstmal drüben sind, stehe ich dir zur Verfügung. Hm. Wo sind die anderen Teleportersteine? Wir haben bisher nur einen weiteren, etwa im Zentrum von Korinis gefunden. In der Nähe der Taverne zur Toten Harpie. Was weißt du über die Erdbeben? Irgendetwas auf der anderen Seite löst sie aus. Vermutlich ist diese Quelle auch verantwortlich für das Erwachen der Steinwächter. Aber das ist nicht meine Aufgabe. Saturas und Kronos können dir sicher mehr darüber erzählen. Was glaubst du, werdet ihr drüben finden? Ich bin mir da noch nicht sicher. Ich vermute, dass es auf der anderen Seite ein ähnliches Bauwerk wie dieses gibt. Und ein Gegenstück zu diesem Portal. Alles weitere werden wir sehen, wenn wir da sind. Okay. So. Back to Korinis. I guess. I can't learn anything here. I have not enough XP. Yeah, end of story. What do you mean? They forgot how to write short dialogues. And yeah, I'm not going through the portal. Yeah, I will, but not right now. Okay. I'm in the pool. What's here? Oh. Warum für ihn? Can't I read it later and get whatever I get for that? Nah, I don't care. I want to have them for myself, 3 experience or 3 stats, as you told me, I want to have 3 stats, or have better stats for free, okay, I found the magic ones, wasn't it the magic one in the pool? Hey, you! I don't know. I don't know. I don't know. I don't know. I'll see. I don't know. Hm. Hm. Yeah, this one is only old. Yeah, okay, yeah, then I can get them. Hm. Hm. Yeah, I think I will go back to the town. Because here is not bad. That's the main reason actually. I will. Obviously, I will use the portal. Why shouldn't I? I'm daring. Hmm. Can I open the... Ah, I can. Why? Why... Why can't I open it? Yeah, but I can't open it. I can't open it. I can't open it. So it doesn't help. Well, it's a pity. It doesn't matter. Could be worse. Yeah, I'll show you how I don't... Ah, okay. Now it works. Now that I'm better. With the sword. Yeah, XP. Wow. And loot. Yeah, I don't care. You know, I like XP. But... I can't... Like, do nothing for a couple of hours. Just for the XP. I can't see shit. Ah, okay. Okay. Huh? Wasn't I already there? Uh, whatever. It's dark outside. I can't see. Yeah, it looks much better. Yeah, it looks much better. But I can't tell it often enough. Yeah. But not in the night, because it's lagging already. I can't sprint. You're not in there. Yeah. I can't do it. Yeah, it looks like something? One of the things that's been done. Yeah. Yeah. Alright. Wer erzählt uns sowas? Genau das habe ich auch gesagt. Aber ich kann das nicht glauben. Ich glaube nicht, dass sich daran was ändert. Möglich ist alles. Das ist eine schlimme Sache. Ich wundere mich über gar nichts mehr. Ist das wirklich wahr? Würde ich das hier nicht sagen? Das habe ich noch gar nicht gewusst. Man weiß gar nicht mehr, wem man noch glauben kann. Das ist wirklich nicht mein Problem. Er muss das hier besser wissen. Ich bin ganz deiner Meinung. Hast du dich daran? Ich hätte das gedacht. Aber mit Ü, Bürger. Es ist »Citizen«. In German. Ja, ich habe das gedacht. Aber ich wollte nur sagen, es ist »Ü«. »K kings fсяч.« »Krisen«. »Krisen«. Ich habe eine neue Tabak-Mischung. Lass mich deinen Tabak probieren. Nein, diese Mischung finde ich nicht sehr bekämmlich. Aber vielleicht findet sich ein anderer, der diesen Genuss zu schätzen weiß. Ah, Kunstsaft. Was kann ich für dich tun? Ich suche ein Zimmer. Da bist du hier richtig. Einer der Paladine hat mir gesagt, ich könnte hier umsonst übernachten. Ja, ja. Geh einfach die Treppe hoch. Wir haben noch ein oder zwei Betten frei. Warum bezahlen die Paladine das alles? Ich weiß auch nicht, was das alles soll. Ich denke, zum einen wollen sie die armen Schlucker von der Straße holen, damit die keine Dummheiten machen. Und zum anderen wollen sie sich mit den fahrenden Händlern gutstellen. Jetzt, wo die Bauern sich auflehnen, sind wir auf die Versorgung durch die Händler angewiesen. Außerdem denke ich, wollen sie die Stimmung in der Stadt ein bisschen anheben. Lord André hat ja auch angeordnet, dass am Geigenplatz Freibier ausgeschenkt wird. Ja, ich denke, um... Für die Deutschen wäre es sehr, sehr schwierig, die US-SV-Ware benutzen. Weil, nein. Wir haben zu viele extra Letters. Wer übernachtet hier zurzeit? Es sind fast alles fahrende Händler vom Markt. Aha. Denk mich mal dran, dich an ihren Sachen zu vergreifen. Ich will ja keinen Ärger haben. So, was do I want to do? I think I'm going to bed soon, it's 3 in the morning and I'm getting really tired, I can't concentrate anymore, what I want to do, what I had to do. And I'm giving Vatras the plate because three plates are with the thieves on the bridge, so it shouldn't be a problem there. Okay, you win, I don't know how many more we have but less. Three, four, I think four. You can see two right now. Ö and æ, and æ is another one. Nice. Nice. Glaubst du wirklich daran? Halt! Das Warenlager darf nicht betreten werden! Ist das wirklich wahr? Ich gehöre zur Armee des Königs, ich will mich ausrüsten. Hast du den Befehl dazu? Nein. Dann mach das du weg kommst. Hörst du schlecht? Einen Schritt weiter und ich hacke dich in Stücke. Sag mir nicht, du hast es nicht gepostet. Correct. But it's correct if you can't use the Umlauter. And nobody will say anything, because it's more correct than just leave it. Or yeah, just don't write it. But it seems a little bit odd, but it's perfectly fine if you can't write it otherwise. Das ist ja schrecklich. Like in computer terminals, of the old time, when I was young, you couldn't write the Umlauter. And you would write them as you just did. Okay, there's nothing here anymore... And on some typewriters. Okay, nothing here anymore. I think they... Er muss alles weitergeben werden, haben sie? In der originalen Gothic 2, ohne Night of the Raven, da war viel mehr. Ja, aber ich kann verstehen... Ich habe etwas anderes gehört. Ich würde wahrscheinlich nicht verstehen, ob ich deine Sprache wissen würde. Aber ich kann verstehen, dass ich dich nicht so aufzunehmen. Ich habe etwas anderes gehört. Du hast einfach nur eine eigene Sprache gebraucht. Ich würde nicht wollen, zwei... Ich kann das nicht glauben. Aber ich kann mir vorstellen, dass es einige Probleme gibt. Ich weiß gar nicht, dass ich mich so gut fühle. Wirklich? Das ist ja interessant. Ist das wirklich warm? So, let's see. Das habe ich immer gesagt. Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Aber ja. Ich bin ehrlich, ich habe es selbst erlebt. Vielleicht kommt es von da. Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Ich habe etwas anderes gemacht. Ich habe etwas anderes gemacht. Ich habe etwas anderes gemacht. Und es wird noch viel schlimmer. Was ist der Schreck? Wer sagt jetzt sowas? Er erzählt alles weiter. Aber der Mensch und das Tier führen einen Krieg auf dem Land Adanis. Aber der Mensch und das Tier führen einen Krieg auf dem Land Adanis. Da bist du ja wieder. Was für eine Idee. Du wolltest Pilze. Ich habe hier ein paar Dunkelpilze. Ah, das sind die besten. Oh, gut gemacht. Hier hast du dein Gold. Und hier sind noch ein paar von den anderen. Die sind zwar nicht so gut wie Dunkelpilze. Aber ich werde sie trotzdem nehmen. Ja. No. I actually tried it. It wasn't fun. Zeig mir deine Ware. Ich habe hier einen Geist. Es ist einfach so, wie er geht. Es ist einfach so, wie er sich in den ganzen Schwenk zu fahren. Aber Adanus schlugst du ihn vor den Weg. Ich habe ihn mit dem Weg gemacht. Aber Adanus schlugst du ihn vor dem Weg. Und er hat ihn vor dem Weg gemacht. Und er hat ihn vor dem Weg gemacht. Der Weg gemacht. Welche Rezept habe ich ge- Ja, ich könnte. Ich könnte. Bonus Content 5 Minuten. Ich kann es versuchen. Ja, das ist wahr. So, wir haben uns einen Blick. So, ich kann es nicht mehr machen. Nein, nein, nein. Es ist einfach. Es ist nicht ein Cheat. Es ist ein Mod. Warte mal. Warte mal. Warte mal. Ja, das ist gut. Warte mal. Warte mal. Warte mal. Warte mal. für das lohn Hey Mann neu hier dich habe ich hier noch nie gesehen wenn du nichts dagegen hast komme ich ein Stück mit du kannst dich einen freund brauchen Verpiss dich Bist heute nicht so gut drauf was ich glaube ich komme besser mit Sag mal wohin geht es eigentlich oder ist das eine überraschung für mich ich mag überraschungen Okay Ich glaube da nicht dran Ja, ja, als ich gesagt, die mod that nobody deserves, that nobody wanted and nobody deserves Er sollte lieber den Mund halten Lass dich von mir nicht stören, ich bleib einfach bei dir, keine Sorge I, I think so Ah, he is too strong Joa, das kann ich nicht Yes 0 xp Nice Ich kriege dich noch! Er hat die falschen Leute gewonnen. I'm going to sleep now. It's half past three. Tomorrow is another day. And I have an appointment tomorrow. So I can't stay up till 6 or 7. Yeah, I guess it's a pretty simple mod. And a pretty annoying mod. So, naturally, some German dude just programmed it. If I would mod gothic, I would probably, this would be maybe not my first mod, but one of the first mods. Like, it's probably really easy. You just have to use the character. That's it. Yeah, have a good night. See you tomorrow. Hopefully. Sleep tight. Yeah, do it. Why not? Probably there is already a mod for that. But, see ya. That looks pretty good. And then. Which is going on. So, we have to back up a couple for the first.